Musik Es ist der 28. September 2017, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die verschnupfte Stimme von Martin Rützler und er ist nicht alleine, hat noch weitere verschnupfte und auch weniger verschnupfte Gärtner sich mitgebracht. Ich grüße erstmal den verschnupften Lars. Guten Abend Lars. Guten Abend. Wo hast du dir das eingefangen? Ich vermute irgendwo im Zug oder in der Seilbahn. Du hast Zug bekommen? Ja. Schlechter Witz, okay, okay. Mit schlechten Witzen halten wir uns gar nicht lange auf, das schaffen wir sowieso locker und spielen im Laufe des Abends. Ich begrüße erstmal noch den einzig wirklich gesunden Gärtner in dieser Runde, nämlich den Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Du bist gesund. Wie hast du das gemacht? Hast du dich ferngehalten von allem? Ja, ich bin froh. Also sonst, ich habe es ja auch ab und zu schon gehabt, mit verschnupfter Nase im Sendegarten zu sitzen und deswegen bin ich ganz froh, heute mal gesund zu sein. Prima. Wir teilen uns das schön auf. Abwesend wegen Krankheit ist zum Beispiel auch die liebe Ulrike, die muss kurieren. Von hier aus die herzlichsten und besten Genesungswünsche und die anderen sind auch irgendwie verhindert und können nicht dabei sein. Aber dabei ist heute ein Gast, der vor gar nicht so langer Zeit schon mal bei uns gewesen ist. Wir begrüßen ganz herzlich Dirk Primms. Hallo Dirk. Ja, hallo. Und auch überhaupt noch gar nicht verschnupft. Also bisher. Prima. Du beantwortest schon auf eine Frage, die noch gar nicht gestellt war. Ich wollte wissen, wie es dir geht. Ja, super. Nachdem Lars es vorher angekündigt hat, dass wir heute nicht im Sendegarten, sondern im Röchelcast sind. Ja, gut. Gut, das ist schon mal im Herbst, wenn wir noch nicht so wissen, wie wir die Umstellung hinkriegen von Sommergarten auf Wintergarten, dann wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist nicht so ohne. Wir begrüßen aber vor allen Dingen auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier live mit uns durch die Sendung gehen, beziehungsweise in die Konserve abhören. Und ich begrüße insbesondere die 838 Menschen, die sich die letzte Sendung heruntergeladen haben. Damit schrammen wir knapp an einem tausender Kontaktpreis vorbei. Wir sind also für die werbende Wirtschaft immer noch nicht richtig relevant. Das schadet aber nichts, weil das ist ja hier auch alles nur ein Hobbyprojekt. Aber ich freue mich, dass wir tatsächlich so viele Interessenten gefunden haben und begrüße also diese Leute ganz, ganz herzlich. Und lasst gerne auch von euch hören. Wir nehmen gerne auch Kommentare und Anregungen aus der Community entgegen. So, damit wir das zum Beispiel in der neuen Ernte abspielen können. Und da kommen wir jetzt mal hin. In der letzten Sendung hatte ich ein bisschen rumgejammert, dass es so wenig Feedback überhaupt je gegeben habe. Und der Sebastian Mücke hat sich das zu Herzen genommen und hat uns einen längeren Text in unser Kommentarfeld hineingeschrieben. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, für die erbaulichen Worte, die du gefunden hast, für das Lob, das du gefunden hast. Und wir haben ja dann auch so ein bisschen noch diskutiert, weil du meintest, es kommt wahrscheinlich wenig an Rückmeldungen, weil wir nicht kontrovers sind. Und immer wenn man kontrovers wird, dann gibt es mehr Rückmeldungen. Wir sind ja so quasi immer einer Meinung. Ich glaube, dass das nicht so ist, wenn ich in Sendegate gucke, da fliegen manchmal schon ganz schön die Fetzen. Und naja, also man kann die Dinge so oder halt so sehen. Einen Punkt spricht er an, den haben wir schon ganz oft diskutiert, das ist die Gelegenheit zum Rückmelden. Wenn man unterwegs ist und hört etwas und hat den Impuls, ich würde jetzt gerne irgendwas antworten, ist natürlich keine Gelegenheit zum Schreiben da. Und bis man dann wieder zu Hause ist am Rechner, sagt er, ist der Impuls weg? Oder man hat schon wieder vergessen, dass man überhaupt etwas schreiben wollte. Das ist eine Idee, die ja schon manche Podcast-Entwickler, Podcatcher-Entwicklerinnen mit sich herumträgt. Ich denke an die Janett, die ja mal sowas überlegt hat, dass man das quasi instantan irgendwie reinschreiben kann. Aber ich glaube, die Idee ist im Moment nicht in der weiteren Entwicklung. Aber es gibt Menschen, die sind da halt mit dran. Und dann hat uns noch der Jonas geantwortet. Er hat sich bezogen auf die Erwähnung des neuen Podcasts oder der neuen Podcast von der Zeit. Da schreibt er, dem hört man schon noch etwas an, dass er von Menschen gemacht wird, die für gewöhnlich Texte fürs Lesen schreiben. Fällt durch die gut gemachten Interviews aber gar nicht so auf. Insgesamt hat sich das Format gut in meine Morgenroutine eingefügt. Ja, das ist doch eine schöne Rückmeldung. Das sind die Kommentare, die bei uns eingegangen sind. Ach, dann war noch eine Frage vom Ottmar. Der hat eine technische Frage gestellt, hat gedacht, er würde hier bei uns mit Technik an die Experten kommen. Das stimmt natürlich insofern. Wenn man eine Frage an Sebastian richtet, dann wird die immer kompetent beantwortet. Aber er hat sie ja quasi an mich gerichtet und ich konnte dann sagen, Herr Ottmar, tut mir leid, ich kenne mich damit noch nie aus. Da ging es um Skun, wie die App Skun genau einzurichten ist und so weiter. Du hattest ihm da eine Antwort gegeben, Sebastian, dass er sich im Sendegate, glaube ich, auch noch erkundigen kann. Da gibt es eine Kategorie dazu oder zumindest Einträge. Genau, beziehungsweise der Entwickler Stefan oder Funkenstrahlen auf Twitter ist da natürlich der beste Ansprechpartner für. Aber ganz herzlichen Dank für das Vertrauen in den Sendegarten, in die Kompetenz, die wir hier haben. Ich muss immer wieder sagen, der Sendegarten ist ein leider gemütlicher Plausch. Hier sitzen Leute, die das ganze Podcast-Land so ein bisschen im Auge behalten, damit sie was zu erzählen haben. Aber wir sind jetzt wirklich nicht die Experten für alles. Und wenn wir was erzählen, kann das auch wirklich durchaus auch mal komplett daneben liegen. Also ich hörte schon von mancher Seite, ja wenn das im Sendegarten gesagt worden ist, dann stimmt das ja auch. Nö, nö, das muss nicht so sein. Ich wiederhole nochmal, das ist nicht das Hochamt hier im Podcast-Land. Das ist es nicht. Das muss dann auch noch der Richtige im Sendegarten sagen. Bitte? Das muss dann auch noch der Richtige im Sendegarten sagen. Der Richtige im Sendegarten. Wer wäre denn der Richtige? Sebastian zum Beispiel. Dann, wenn Sebastian was sagt, dann stimmt das doch. Richtig. Ja, das stimmt. Ja, genau. Genau. Wenn der Sebastian was sagt, dann stimmt das. Immer. Immer. Ansonsten schreibe ich es in die Kommentare. Das habe ich in der Tat auch schon gemacht. Was? Du schreibst unter Pseudonym? Bist du etwa Ottmar? Na, im Klarnamen schreibe ich das dann in die Kommentare, wenn ich irgendwas zu korrigieren habe. Habe ich noch nicht gesehen. Doch. Aber gut. Ich kann mal versuchen, ein Beispiel rauszusuchen. Schon länger her. Muss ja. Da warst du noch nicht. Doch, doch. Da warst du schon. Hast du uns selbst korrigiert? Ist ja witzig. Ja. Doch, doch, doch. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Im Nachgang zu, hast du da irgendwas reingeschrieben? Ja, ja, ja. Genau. Das stimmt. Es muss schon ein paar Sendungen her sein, aber ich habe das mal gemacht und da war ich ganz froh, dass kein anderer bisher kommentiert hat und meinen Quatsch aufgeteilt hat. Ich habe jetzt gesagt, es fällt nicht weiter auf. Keiner hat es gesehen. Lars, für was bist du denn Fachmann im Sendegarten? Bin ich für irgendwas Fachmann? Weiß ich nicht. Die Termine, die machst du ja grandios. Ja, wobei da ist, dass die Fachentität eigentlich das Sendegate. Also ich formuliere ja nur ein bisschen aus und hole vielleicht nochmal so ein, zwei Zusatzinfos dazu, aber eigentlich ist halt das Sendegate dort und alle, die dieses Wiki schreiben, die Fachleute. Okay, also auch da können wir nicht jetzt sagen, dass damit glänzt der Sendegarten. Wir sind einfach Verwerter. Genau. Wir nehmen das, setzen das ein wie den Kompost und machen da neue Blümchen draus. Ist ja auch okay. Wie, hast du es gefunden, Sebastian? Ja, ich habe es gefunden. Folge 20 Herzblatt. Eine Korrektur in eigener Sache. Für reine Hörfunkangebote Webradio wird keine Rundfunklizenz benötigt. Ab 500 technischen möglichen Zuhörenden muss das nur angezeigt werden. Ach ja, genau, das war das. Richtig. Das war die Geschichte. Da hast du ja dann die 499 Kredite eingebaut. Ja, die halt nicht unbedingt notwendig ist, weil es halt unter Webradio läuft, aber beziehungsweise ja, sie ist insofern notwendig, weil man es ansonsten anzeigen müsste. So rum ist es richtig. Nicht, dass ich mich jetzt nach der Sendung wieder korrigieren muss. Es geht schon gut los. Korrigieren die Korrektur. Super. Der, unser Gast, der Gast der heutigen Sendung, Dirk Primst, der ist in der Sendung 32, also schon einmal Gast gewesen. Hast du irgendwelche Rückmeldungen bekommen, Dirk? Ja, nichts wirklich Konkretes. Also eher so genereller Natur. Also das bisschen, was ich gehört und gelesen habe, schien positiv zu sein, aber es ist jetzt keiner gezielt auf mich zugegangen, deswegen. Okay, da hast du auch nichts Falsches gesagt. Das ist doch schon mal gut. Genau, es war wenig kontrovers. Ich habe übrigens was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, du wärst bei der 32 dabei gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Ach du lieber Gott. Super. Ich wusste doch, das kann das nicht sein, dass du erst vorletztes Mal da gewesen bist. Also noch einmal, Dirk Primst war bei der Episode 22 dabei, also vor zwölf Ausgaben. Jetzt haben wir es aber hoffentlich richtig. Und er ist heute nochmal da, weil wir heute nicht über ihn als Person in erster Linie sprechen wollen. Natürlich wird das nicht ausbleiben. Alles, was er sagt, ist natürlich durch ihn selber gefärbt. Aber wir wollen heute mal über Podcast-Konferenzen im Allgemeinen und im Speziellen über die Konferenz in Amerika, die Podcast-Movement sprechen. Denn wir hatten ja auch schon, das hatten wir übrigens in der 32, deswegen komme ich darauf, hatten wir ein paar Einspieler von ihm, die er per Periscope nach Deutschland geschickt hatte. Da war er sozusagen virtuell anwesend und jetzt ist er tatsächlich und leibhaftig hier. Und deswegen kommen wir jetzt auf die Gartenbank und dann nehmen wir uns einfach mal dieses Thema vor. Podcast-Konferenzen oder Community-Treffen kennen wir hier in Deutschland auch. Gerade letztes Wochenende gab es ein Treffen in Innsbruck. Da hat sich die Wissenschafts-Podcasts-Gemeinde-Community getroffen. In wenigen Wochen, drei Wochen glaube ich, ist in München das Treffen Subscribe 9, früher Podlove-Podcaster-Workshop. Die Frühjahrssitzung war ausgefallen. Wir freuen uns jetzt alle darauf, im Herbst uns wieder zu treffen. Und wirst du auch da sein, Dirk, in München bei der Subscribe? Ich wäre sehr gerne, aber die werde ich aus beruflichen Termingründen leider verpassen. Und ich bin untröstlich. Ich finde es ganz furchtbar, muss ich sagen. Warst du denn letztes Jahr, da hast du die Räumlichkeiten Bayerischen Rundfunk schon mal gesehen? Ja, letztes Jahr war ich da. Letztes Jahr habe ich ja auch Vorträge beigesteuert und habe eine Trump-Perücke zum Beispiel aufgesetzt. Ach, das war die. Damals war das noch lustig. Wussten wir noch nicht, dass es ernst wird. Ja, damals dachten wir den Clown-Welt auch keiner. Ja, so kann man sich irren. Ja, ich habe den Vortrag von hier gesehen. Ich saß ungefähr da, wo ich jetzt auch sitze und starte natürlich nicht. Ich schaute auf ein Beamer-Bild und habe das dann von hier aus verfolgt, weil ich leider nicht dabei sein konnte. Aber durch die schöne Übertragungstechnik, Video und Audio konnte man einigermaßen folgen. Sehr gut. Das werde ich natürlich auch machen. Also sofern ich dazwischen immer Gelegenheit finde, werde ich mich mal zuschalten und einfach aus der Entfernung ein bisschen verfolgen, was passiert. Ja, man kann ja vielleicht sogar noch das eine oder andere an Struktur anbieten. Wenn man eben merkt, der eine hat was getwittert, der andere hat was getwittert und das bekommt in der Konferenz keiner mit, dann kann man von hinten, von außen noch so eine Art Schattenredaktion anbieten jedenfalls. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie zwei, drei Leute darüber informieren wollte, dass sie quasi dasselbe gesagt haben oder so. Das war irgendwie so mein Teil, dabei sein aus der Entfernung. Das war ganz witzig damals. Aber du warst im August 2017, also dieses Jahr warst du in Amerika auf einer großen Konferenz. Die nannte sich Podcast Movement. Was hat dich denn dahin getrieben? Ja, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Beim Podcast Movement habe ich schon letztes Jahr und vorletztes Jahr Vortragsvorschläge eingereicht und letztes Jahr wurden die dann akzeptiert und ich habe ja immer wieder mal beruflich die Gelegenheit in die USA zu fliegen und dann habe ich sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen kombiniert und habe, als ich dann mal wieder beruflich drüben war, diesen Termin so gelegt, dass ich am Podcast Movement teilnehmen kann. Und Podcast Movement, muss man vielleicht sagen, dürfte im Augenblick die größte Podcast-Konferenz der USA sein mit so knapp 1500 Teilnehmern und da war ich dann einfach mal ganz rund heraus neugierig, weil ja Podcasting für mich sowieso so ein permanentes Studien- und Beobachtungsthema ist und ich einfach mal sehr interessiert dran war, mit der Community und der Szenen in den USA auch mal zusammenzusitzen und mal zu erleben, wo denn Gemeinsamkeiten und Unterschiede sein könnten. Du hast das mit der Dienstreise verbunden, das heißt, du bist jetzt nicht speziell da für die, was waren das, drei Tage, vier Tage mit dem Warm-up vorher? Bist du nicht speziell hingeflogen, sondern du warst schon vor Ort eigentlich? Genau, also die Konstruktion, die ich gewählt habe, war, ich bin eigentlich zur Hauptniederlassung in Silicon Valley geflogen, Mountain View. Damit hat mein Arbeitgeber mir den Flug in die USA und den Rückflug bezahlt und mein Anteil da dran war, dass ich dann aus Mountain View, also von San Francisco aus, runter nach L.A. geflogen bin. Podcast Movement fand in Anaheim statt. Das ist der Teil von L.A., in dem auch Disneyland ist. Und ja, ich habe halt mir dann dort ein Airbnb gebucht und diesen inneramerikanischen Flug, den habe ich selber gebucht. Aber das Ticket war frei, weil ich ja einen Vortragsslot hatte. und der Intercontinentalflug, der wurde eben, weil Business Spesen dankenswerterweise von meinem Chef bezahlt. Okay, wenn das nicht so gewesen wäre, wie viel Geld hättest du denn da so auf den Tisch legen müssen? Das hängt ja dann davon ab, wie früh man das bucht. Also die Reisekosten kann sich jeder gerne selber ausrechnen, wären halt dann schon irgendwie so an die schätzungsweise 1000 Dollar oder vielleicht auch ein bisschen drüber gekommen. Und dann das Ticket, da hängt es dann davon ab, wie man und wann man dieses Ticket bucht. Also die Podcast Movement Konferenz, die versteht sich als eine Konferenz mit professionellem Anspruch und hoher Qualität, was eigentlich alles angeht. Also die eigentliche Logistik genauso wie die Sprecher und wie alles außenrum. und entsprechend rufen die auch einen stolzen Preis auf. Also wenn man ganz regulär bei denen bucht und das vielleicht auch nicht früh, sondern spät macht, dann können die Preise bis zu 600 Dollar sein. Ich habe jetzt diesen ganzen Disclaimer rangehängt, weil es einmal natürlich so ist, wenn man früh genug bucht, dann fallen diese Preise auf irgendwas um die 200, 250 Dollar. Also würde man jetzt schon für Podcast Movement nächstes Jahr buchen, dann ist das so die reguläre Preiskategorie. Und wenn man in den USA Teil einer Podcast Community ist oder Hörer bestimmter Podcast, dann gibt es natürlich Tausendein Voucher Code und Preisnachlass und hier Verlosung. Also es gab durchaus auch einen gewissen Anteil Teilnehmer, die sind irgendwo zwischen sehr billig und kostenlos auf der Konferenz gewesen. Da gab es doch irgendwie so ein Dings, wenn man beim Verlassen der Konferenz schon das Ticket für das nächste Jahr bucht, dass es dann nochmal so einen Spezialpreis gab, oder? Habe ich das falsch verstanden? Genau, ich hätte sozusagen innerhalb der ersten drei Tage nach dem Ende der Konferenz ein Ticket für 200 Dollar kaufen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt im Moment keine Ahnung habe. Ob ich nächstes Jahr wirklich, das ist dann in Philadelphia, Zeit und Gelegenheit haben werde, daran teilzunehmen. Und ich mache es dann ehrlich gesagt auch immer davon abhängig, ob ich einen aktiven Posten habe. Also ich fliege jetzt auch nicht einfach nur als Teilnehmer auf Verdacht rüber, sondern ich möchte dann auch gerne, ja, auch beitragen. Und vor allem nicht als reiner Teilnehmer durch die Hallen schweifen, sondern auch mit den Sprechern im Sprecherraum mich unterhalten können oder auch auf die, die machen ja dann auch eigene Seitenveranstaltungen für die, die aktiv teilhaben. Und dann würde ich dann eben auch gerne dabei sein wollen. Und deswegen mache ich es dann auch ein bisschen neben der Zeit und der Logistik davon abhängig, ob ich auch einen Sprecher-Slot habe und ob das Thema, was ich da auch gerne vorantreiben möchte, nämlich so ein bisschen die Podcast-Szene-Verständigung und auch das Transportieren von Dingen, die bei uns halt ganz gut funktionieren und vielleicht auch mal in den USA interessant wären. Sowas würde ich gerne transportieren wollen. Das heißt, ich habe ja da auch einen persönlichen Auftrag, dem ich gerecht werden möchte. Und davon mache ich es jetzt mal einfach im Moment abhängig. Und würden die irgendwann wieder von mir einen Vortrag akzeptieren, dann wäre ja das Ticket für mich wahrscheinlich wieder für lau. Das wäre dir ja zu wünschen. Und worüber hast du denn dieses Jahr gesprochen? Dieses Jahr bin ich für zwei Panels eingeladen gewesen, von denen dann leider nur ein Panel wirklich auch stattgefunden hat. Einfach auch dort ist dann der Panel-Host ausgefallen und dann wurde das zweite nichts. Und das eine Panel war, da ging es um Podcasts als Quelle für Social Change. Das hatten wir beim letzten Mal im Sendegarten ja besprochen, dass ich so ein bisschen recherchiert habe zum Thema Podcast Underground. Und das war der Anlass, warum ich in dem Panel gelandet bin. Und das war ganz interessant. Also da waren zum Beispiel Podcast-Netzwerk-Vertreter da, die politische Podcasts betreiben. Da war dann auch eine Dame mit auf dem Panel gesessen, die Podcasts für Rentner und Podcasts in der Pflege macht. Das war auch ganz spannend. Da gab es halt verschiedenste Blickwinkel und ich habe meinen Blickwinkel dort eben auch beigetragen. Und das andere Panel, das leider ausgefallen ist, das wäre eigentlich ein Panel gewesen zu internationalen Podcastszenen. Da hat mir dann ein bisschen das Herz geblutet, weil das wäre so mein persönliches Thema gewesen, wegen dem ich eigentlich am liebsten rübergeflogen bin. Aber das ist natürlich sehr schade. Wenn gerade die Verständigung für dich sozusagen das Hauptaugenmerk war und dann genau das leider nicht stattfinden kann. Naja, steckt man natürlich nicht drin. Naja, ich hatte dann viele andere Gelegenheiten, um mich mit Leuten zu verständigen. Also es war dann schon auch okay. Aber nächstes Jahr ist ja wieder eine Gelegenheit, wenn es zeitlich passt, wieder was einzurechnen. Schauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt haben die mich alle mal gesehen und können sich jetzt überlegen, ob sie mich wirklich nochmal zu sich einladen wollen. Kannst du ein bisschen was zu der Historie vom Podcast Movement erzählen? Also zum wievielten Mal fand das statt und ist das langsam gewachsen, so ähnlich wie die Republika ja immer größer geworden ist zum Beispiel? Oder hat das von vornherein so groß mit 1500 Leuten angefangen? Wie war das bei denen? Die sind aus so einer Art Podstock entstanden. Also die waren, am Anfang gab es dort so ein paar Communities, die gemeinsam eine Art Barbecuing-Treffen, Community-Treffen organisiert haben. Und dann haben sich in dieser Gruppe eine Handvoll Leute gefunden, die beschlossen haben, das auf Konferenzbeine zu stellen und systematisch aufzuziehen. Und das erste Podcast Movement war wohl vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren. Und damals waren das 300, 400 Teilnehmer. Das passt irgendwie auch dazu, dass es ja in den USA deutlich mehr Leute gibt, die sich mit dem Podcasting beschäftigen und die Amerikaner ja innerhalb ihres eigenen Landes dann auch recht mobil unterwegs sind. Und das war so eine Community-Konferenz wohl im ersten Anlauf. Das Interessante dabei war, einer der Mitorganisatoren, der hatte ein sehr gut sortiertes Adressbuch. Also der kannte halt all die bekannten Vorzeigepodcaster in der Indie- und Not-so-Indie-Szene persönlich. Und der hat dann dafür gesagt, dass es ein paar sehr beeindruckende Sprecher und Keynoter und Teilnehmer gab, die dann auch alle beim zweiten Mal dann eben auch schon gleich dabei waren. Und entsprechend hat diese Konferenz dann ein sehr schnelles Wachstum hingelegt. Wie gesagt, der erste offizielle Podcast Movement waren irgendwie so 300 Leute. Und jetzt waren es eben 1.500. Die haben gesagt, sie vermuten, dass sie dann nächstes Mal nochmal um ein paar hundert wachsen werden. Also das ist im Augenblick ein ständiger Wachstum. Wachstumsschub, den man auch irgendwie verkraften muss. Also du kannst ja nicht einfach beliebig groß machen, ohne dass da was auf der Strecke bleibt. Das heißt, die managen das auch so ein bisschen, dass sie nicht zu schnell wachsen, haben aber den Anspruch, weiterhin die größte Konferenz in dem Bereich zu sein. Wenn das als Podstock-ähnliches Treffen angefangen hat, mit dem Grillen und so weiter, das klingt ja eher wirklich nicht kommerziell orientiert, sondern mehr so Happening- und Hobby-mäßig. Aber die Konferenz, so wie du sie jetzt durch deine Berichte beschrieben hast, das ist ja schon ein Treffen von professionelleren Podcast-Angeboten. Wie ist denn da diese Brücke gewesen? Oder haben die Professionellen damals gegrillt? Vertue ich mich wie in der Vorstellung. Naja, also das erste Podcast-Movement war jetzt nicht so ein Podstock, sondern dass sozusagen die Leute, die das ins Leben gerufen haben, stammen aus solchen Communities und haben eine Art Vorgängerveranstaltung gehabt, in der es eher so Independent-Community-mäßig zuging. Wie passt das zusammen? Da gibt es ein paar Dinge. Also das eine ist, Podcast-Movement will professionell sein. Also die wollen die Profis und Semiprofis einfangen, ohne den Charme von Hobbyisten ganz aufzugeben. Aber es ist schon ein deutlicher Business-Fokus dabei. Dabei sollte man aber, glaube ich, auch nicht ganz vergessen, dass in den USA da die Kultur ein bisschen anders ist als bei uns. Das fand ich ganz interessant. Das hat mir einer, mit dem ich mich da unterhalten habe, so gesagt, auch, der eine Art Podcast-Hörspiel produziert und eigentlich aus Europa kommt. Mit dem habe ich mich unterhalten über die Unterschiede der Szene. Und er hat dann gesagt, ja, in Europa und speziell zum Beispiel, der hat zum Beispiel reflektiert auf die Szene in England, wo es ja auch eigentlich relativ wenig so semiprofessionelle Formate gibt und ganz viele Independent-Formate. Und er hat gemeint, in Europa wäre es eigentlich fast schon anrühchig, wenn du was aus Liebe zum Medium oder aus Liebe zur, in Anführungszeichen, Kunst machst. Wenn du dann auch noch auf die Idee kommst, dafür Geld zu verlangen, dann rümpfen die Leute ja schon automatisch die Nase. In den USA ist da das Klima komplett anders. Da ist es selbstverständlich, dass wenn du irgendwas machst und es einigermaßen okay ist, dann kannst du natürlich anfangen, dafür auch irgendwie zu versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen und damit deinen Lebensunterhalt unter Umständen auch zu bestreiten. Das heißt, dir wird es sehr schnell auch verziehen, wenn du sagst, mein Hobby soll auch noch ein bisschen Geld einbringen. Also habe ich mir folgende Dinge überlegt, dass dieses Unternehmertum schließt sich eben dort nicht automatisch aus. Bei uns gibt es immer die Profis und die, die es zum Spaß und als Hobby machen. Und in den USA durchmischt sich das wesentlich deutlicher, als es bei uns der Fall wäre. Das ist eine Kulturfrage oder was glaubst du, wo das herkommt? Das ist eine Kulturfrage. Das ist aber auch, denke ich mal, ein Entwicklungsstadium. Also es ist einfach, wenn du genügend kritische Masse an Leuten hast, die sich mit irgendwas auseinandersetzen, dann findet eine gewisse Arbeitsteilung ganz automatisch statt und eine gewisse Professionalisierung. Und dann hast du halt einfach mehr Angebote in dem Bereich und mehr Vorbilder in dem Bereich und die Leute versuchen, dem dann auch mehr nachzueifern. Und dann geht das irgendwie Hand in Hand. Und wie gesagt, in den USA ist das auch nicht anrüchig. Also du kannst gleichzeitig Begeisterungstäter sein und trotzdem versuchen, damit Geld zu verdienen. Ja, ich habe so mal die Tage darüber nachgedacht. Ich habe mal von einer Doku gesehen, da ging es um eine Weinbauern und Weinbäuerinnen-Kooperative oder zumindest haben die sich zusammengetan, um irgendein Weinbau, Anbaugebiet so ein bisschen nach vorne zu bringen. Also irgendwie neuere Anbaumethoden, neuere Kältermethoden oder was auch immer. Aber da war jeder für sich natürlich ein Unternehmer oder Unternehmerin und musste auch davon leben, von den Erträgen. Und trotzdem haben die halt solche Veranstaltungen gemacht, um eben ihr Thema deutlicher werden zu lassen für die Öffentlichkeit. Ein anderes Beispiel, so Mittelaltermärkte oder so. Da sind ja auch ein paar Nerds, die sich in irgendwelchen alten Techniken, was weiß ich, Kerzen ziehen, Mähtbrauen oder was auch immer, verschrieben haben. Das ist ja nun auch an der Grenze zum Hobby oder oft auch aus dem Hobby heraus entstanden. Aber wenn du dann so ein Marktbetreiber bist, dann musst du natürlich auch Umsatz machen. Also so ganz fremd ist uns das ja eigentlich auch nicht. Warum haben wir so Berührungsängste oder Berührungsprobleme, wenn es so im Audio-Bereich ist? Das kann ich noch gar nicht so richtig spüren. Hättest du da eine Idee dafür? Nee, kann ich dir so gar nicht beantworten. Es ist auch so, auch auf Podcast Movement gab es ein sehr breites Spektrum an Motivationen. Da hat man zum Beispiel auch die Leute getroffen, die Podcasts als unabhängiges Medium verstehen, um ihre Nachricht in die Welt zu tragen. Und deren Professionalisierung fand dann eben an anderen Stellen statt. Also zum Beispiel, indem sie halt für Non-Profit gearbeitet haben und den Podcast als Marketingmechanismus für dieses Non-Profit verstehen. Dann gab es welche, die aus dem Hobby Podcasting versucht haben, ein Dienstleistungsmodell zu entwickeln. Also nach dem Muster, ich mache diesen tollen Podcast und du kannst mich buchen. Ich helfe dir, deinen Podcast auch so erfolgreich zu produzieren. Das gab es relativ oft in allen Spezialisierungsformen, also den Produzenten, den Editor, den Sound-Ingenieur, gab es irgendwie alles. Dann gab es die Leute, die versucht haben oder versuchen, mit ihrem Podcast eine große Hörerschaft aufzubauen und über diese Hörer dann via Marketing, Werbung, Verkäufe Geld zu verdienen. Und egal, was die Motivation war immer, es war jedenfalls, ob die jetzt nun Geld verdienen wollten damit oder indirekt, direkt oder gar nicht. Es war dann trotzdem bei den Teilnehmern überwiegend so, dass die sich mit dem Anspruch in dieser Konferenz bewegt haben, dieses Medium Podcasting möglichst professionell zu betreiben. Okay, gar nicht danach unterschieden, ob da hinterher Geld fließt oder nicht, sondern einfach nur ein möglichst professionelles Bild. Wobei sich ja dann die Frage anschließt, wo wird Professionalität daran festgemacht? Ja, das ist einmal natürlich so ein, auf der einen Achse kannst du dir anschauen, wie viel Zeit verwenden die Leute, wie wichtig ist jetzt Podcasting für sie als tägliche Beschäftigung und dann eben auch Lebensunterhalt unter Umständen, Selbstverständnis. Und dann gibt es die andere Achse, in der es einfach um die Produktionsqualität und die inhaltliche Qualität ging. Also beides gibt es natürlich. Also es gibt die Leute, die sagen, ich mache das nur zum Hobby, aber ich möchte am liebsten so klingen wie This American Life. Und es gibt die Leute, die sagen, mir ist eigentlich völlig egal, wie das klingt, hauptsache ich erreiche Hunderttausende von Menschen und werde reich damit. Und beide haben ja irgendwie den Anspruch von sich, professionell unterwegs zu sein. Und dazwischen gab es eben auch alles. Aber dadurch, dass du halt für so eine Konferenz wie Podcast Movement dann doch einen relativ stolzen Preis aufrufst und dadurch, dass du damit loggst, dass es dort eben eine Ausstellung gibt, in der Dienstleister ihre Angebote bereithalten, dass der Keynote-Sprecher ein bekannter Star der Szene ist, dass du Leute treffen kannst, die du sonst vielleicht nur aus den Vorzeigepodcasts kennst, dass die Gimlet-Leute unter Umständen über dir über den Weg laufen könnten, dass du vielleicht mit Radiomachern netzwerken kannst. Also durch diese Mischung gehen die Leute eben nicht einfach nur aus reinem Spaß und Vergnügen dahin. Das ist nicht ein Wochenend-Party-Event, sondern das war Leute, die wirklich ernsthaft entweder zum professionellen Netzwerken oder zum aktiven Lernen am Thema dahin gegangen sind. Für die meisten war das praktisch ein Investment, also eine Investition in ihre Passion, in ihr Medium. In dem Maße, glaube ich, gibt es das in Deutschland noch nicht, würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sagen, aber in Tendenzen natürlich schon. Wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir von der Subscribe ausgehen, überlegen, wer da zusammenkommt. Da kommen ja auch Leute dahin, die das durchaus quasi auch als Dienstreise abrechnen können, weil das in ihr Gewerbe hineinpasst und andere müssen das eben aus ihrem Hobby-Budget begleichen, die Kosten, die dort entstehen. Also insofern sehe ich da schon eine gewisse Parallele. Ja, bei uns verteilen sich die Leute da, glaube ich, auch noch ein bisschen. Also du findest halt bei uns diese Art von Publikum verteilt auf Radio- und Medienkonferenzen, Marketingkonferenzen, vielleicht auch in Veranstaltungen, die sich mit Storytelling in neuen Medien beschäftigen und auf sowas wie der Subscribe. Also es verteilt sich etwas homogener und heterogener und es ist dann eben auch so, dass bei uns diese kleinteilige Arbeitsteilung einfach noch nicht oder generell nicht existiert. Also es macht einfach manches bei uns gar keinen Sinn, weil selbst wenn jetzt die Subscribe sagen würde, wir machen jetzt mal noch ein Fairground und da kann dann die Podcast-Dienstleisterbranche in Deutschland ihre Dienste anbieten. Ich meine, wie viele Sound-Ingeniere werden wir da treffen und wie viele professionelle Podcast-Editoren? Da gibt es vielleicht ein, zwei, aber es ist nicht so ein breites Spektrum wie jetzt auf zum Beispiel der Podcast-Movement. Wenn man da durch diese Ausstellung gelaufen ist, da gab es allein drei Anbieter, die sich nur darum bemüht haben, Interviewpartner zu vermitteln. Also da konntest du hingehen und konntest sagen, ich möchte ja jede Woche jemand anders interviewen. Hier ist das Profil meines idealen Interviewpartners und die haben dir dann jede Woche jemand anders angekarrt, der bei dir über sein Thema sprechen wollte. Das ist eine Art von Dienstleistung, die es in Deutschland einfach mangels Nachfrage und mangels Größe der Szene einfach so nicht gibt. Das fand ich auch besonders beeindruckend, als du das da geschildert hast bei deinem Rundgang durch die Halle. Aber das führt uns so ein bisschen zur Struktur hin. Also es gab eine große Dauerausstellung, quasi diese Halle, wo Anbieter halt ihre Stände hatten. Aber dann gab es eben auch noch ein Vortragsprogramm, wenn ich das richtig gesehen habe, neun parallele Slots, so in der Größenordnung, die da bespielt wurden. Und gab es denn auch sowas wie Barcamp, also wo man sich auch nochmal in kleinen Gruppen hingesetzt hat und diskutiert hat? Wie war die grundsätzliche Struktur? Also es war so, dass im Prinzip von der Konferenz selber gab es vier oder fünf Tracks. Dann gab es zwei sponsorengestaltete Tracks und es gab zwei eher Netzwerk-Tracks, nennen wir es mal so. Die von der Konferenz gestalteten Vorträge, das waren zum Teil Vorträge, zum Teil Panels. Und die waren dann eben so der Hauptinhalt. Die von den Sponsoren getriebenen Tracks, da war einer von einem Radio-Dienstleister, so eine Radioschmiede betrieben. Und da konnte man dann eben professionelle Radiomacher aus den USA vom Stationschef über professionelle sendungsverantwortliche Rechercheure und so weiter in verschiedenen Vorträgen erleben und mit denen auch ins Gespräch kommen. Und der zweite gesponserte Track war eh nicht gelagert, aber auf Marketingseite etwas heftiger ausgelegt. Und dann die Netzwerk-Veranstaltung, da war es meistens in einem klassischen Roundtable-Setting. Das heißt, es gab verschiedene Themen und die Leute konnten sich zu, wenn du so möchtest, Workshops zusammenfinden und dann am Tisch sich gegenseitig mit ihren Themen helfen oder auch Fragestellungen, Antworten erarbeiten und ähnliches mehr. Das fand ich von der Machart eigentlich ganz spannend gelöst. Was es außerdem noch gab, war, es gab verschiedene Vor- und Nebenveranstaltungen. Und direkt am Tag vor der Podcast Movement gab es einen Tag, der Ignite Sessions hatte. Da konnte man sich eben auch bewerben und ich glaube auch auf der Podcast Movement selber gab es mal einen Abend, an dem Ignite Sessions waren. Und Ignite Sessions, das sind Kurzvorträge. Je nachdem, welche Formatschule man wählt, sind das zwischen 5 und 15 Minuten Vorträge. Das ist mal von O'Reilly als 5-Minuten-Vortrag ins Leben gerufen worden, das Format. Gibt es auch in abgewandelter Form, kennt man das vielleicht auch als Petscher-Kutscher. Im Prinzip ist die Idee, dass du einen Vortrag hast mit einer festgelegten Anzahl Slides. Und diese Slides werden nach einer festgelegten Anzahl Sekunden automatisch weitergeschaltet. Und du hast ein Thema, das du dann eben in 5 Minuten, 15 Minuten, was immer das Format eben ist, durchbringen musst. Hat den Vorteil, dass viele Leute eine Gelegenheit haben, ihr Material zu präsentieren. Für die Zuhörer ist es so, wenn wirklich mal der Sprecher langweilig ist oder das Thema öde, ist es auch relativ schnell wieder vorbei. Und das war das Barcampigste, was man da finden konnte. Das heißt, die Leute konnten im Vorfeld eigene Vortragsvorschläge dort einreichen und die Teilnehmer konnten sich aussuchen, was sie denn da gerne in diesen Ignite Slots hören und sehen wollen. Ja, und ansonsten gab es halt sehr viel Gelegenheit, sich auch in Ecken zurückzuziehen, irgendwo Aufnahmen zu machen. Es gab in der Agenda freie Punkte, in denen es eben so gedacht war, dass man da Zeit hat, mit einem Gast, den man vielleicht auf Podcast Movement trifft, sich zurückzuziehen und eine Aufnahme zu machen oder solche Dinge. Das gab es dann eben auch. Bei den Übersichtsbildern, die du per Periscope zusammengetragen hast, habe ich gedacht, Mensch, das sieht aber angenehm hemmsärmelig aus. Also für so eine Business-Konferenz sah das dann schon eher so, naja, eher leger aus. Täuschte dieser Eindruck, war das nur ein Ausschnitt oder ging es eher tendenziell doch leger zu, auch wenn es Business war? Auf der Podcast Movement laufen Leute rum, mit denen würdest du genauso gern Bier trinken, wie ich das gerne gemacht hätte. Die Leute, die würden sich auf einer Subscribe-Poodle wohlfühlen. Das heißt, da sind eine Menge Leute rumgelaufen, die haben exakt den selben Virus, den wir haben. Also die Leute sind entspannt und fröhlich und die kommen dahin, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und das fand ich super interessant, auch programmatisch gelöst. Das heißt, die Konferenz hat an ganz vielen Stellen sich Mühe gegeben, die Leute auch in die Lage zu versetzen, sich untereinander kennenzulernen, auszutauschen. Das fing an bei so einer Newcomer-Orientation, in der du praktisch in zwei Stunden einmal durch die Mechanik der Konferenz geführt wurdest, aber eben auch dann an deinem Tisch mit ein paar gezielten Übungen die Leute, die um dich rum waren, super genau kennengelernt hattest. Es ging weiter mit einer eigens für die Konferenz bereitgestellten App, die so eine Art abgeschlossenes Twitter war, wenn man so möchte, mit einem Nachrichtensystem, mit einer Agenda-Planungsmöglichkeit, mit eben auch dann der Möglichkeit zu sagen, ich markiere mir bestimmte Leute, die ich kennengelernt habe und kann dann einen Blick drauf behalten, was die so in der Konferenz treiben und mich mit denen vielleicht nochmal gezielt verabreden. Und allein durch diese Orientierungssession ganz am Anfang kamst du dir auch auf einer 1500-Mann-Konferenz nicht mehr so verloren und allein vor. Und was dann sehr beeindruckend war, war die Leute sind die ganze Konferenz die ganze Zeit rumgelaufen und wenn du jemanden getroffen hast, den du vorher noch nicht kanntest, der kam auf dich zu, hat Hallo gesagt und hat dann gefragt, was machst du für einen Podcast? Und dann hast du dem halt von deinem Podcast erzählt und dann hast du irgendwann halt mal zurückgefragt, was machst du so? Und dann hat derjenige von seinen Projekten erzählt und im Endeffekt hast du dann, ich war die ganze Zeit am irgendwelchen Podcasts abonnieren, weil es gab einfach auch spektakulär coole Ideen in dieser Community. Und wir haben uns dann gegenseitig Tipps gegeben, was man noch hören könnte oder man ist in Grüppchen irgendwo gestanden und hat sich über irgendwelche Themen, sei es das richtige Mikrofon oder die Aufnahmesituation oder man versucht gerade irgendwie Ideen für einen Titel für eine Show zu finden oder was auch immer unterhalten. Es ging die ganze Zeit einfach um Podcasts in seiner reinsten Form und es war eine Menge Spaß dabei und die Leute waren alle relativ entspannt. Also vom Dresscode her hat da auch kaum jemand nach Business ausgesehen und die, die da Business gemacht haben, waren auch Teile der Podcastszene. Also es ist alles sehr kompatibel mit dem, was du eben auch hier bei uns so als Podcaster kennst. Das klingt angenehm vertraut irgendwie so, wenn du das so beschreibst. Also wirklich, dass man das Gefühl hat, ja, hätte man auch hingehen können. Also der Gedanke nach Amerika zu fahren und dort eine große Konferenz teilzunehmen, der liegt mir total fremd. Aber auch, weil ich eben so ein bisschen Bedenken hätte, na, würde man sich da überhaupt zurechtfinden. So wie du es jetzt beschreibst, scheint das so offen zu sein und leicht zugänglich und eventuell dann eher durch so First-Timer-Networking-Orientation, wie ich das hier gerade lese oder Alumni-Refresher. Also damit die Leute, die schon mal da waren, sich erinnern, wie es denn funktioniert, dass man da eben so abgeholt wird. Klingt so ein bisschen wie bei den Chaos-Paten oder bei den Podcast-Partinnen, dass man sich einfach auch um die neuen Leute besonders bemüht. So klingt das in meinen Ohren. Ja, was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, war, ich bin am Tag vor der eigentlichen Konferenz, also ich war ja schon ein paar Tage vor der Konferenz in L.A., also ich habe so ein bisschen den Touri noch gemacht, bevor ich da dann auf die Konferenz gegangen bin. Und am Abend vor der offiziellen Konferenz gab es so ein Networking-Treffen. Das hatten die Organisatoren für Leute, die schon eher da sind, ausgerufen. Es wurde dann auf Facebook angekündigt, dass man gerne eingeladen wäre, da hinzukommen. Und ja, da bin ich halt mal da hingegangen und da saß die Crème de la Crème der US-Podcast-Szene gemütlich beim Bier beisammen und hat sich angeregt unterhalten. Und da meine ich zum Beispiel so jemanden wie Robert, der CTO bei Libsyn ist. Ja, also der Typ, der wahrscheinlich neben den Machern von iTunes mit am besten weiß, wie die Statistiken denn nun wirklich aussehen und was denn nun wirklich zum Thema Podcast-Hosting funktioniert und was nicht. Der saß mir direkt gegenüber. Es saß ein Pat Flynn und ein John Lee Dumas mit da drin. Also da war, wie gesagt, das Who-is-Who der US-Szene kam da zusammen, um gemütlich ein Bier zu trinken. Und es war so ein Kreis von vielleicht 30, 40 Leuten. Und das sind alles Leute, die da waren, um andere kennenzulernen und sich zu unterhalten. Das heißt, da war auch eine ständige Durchmischung und Gesprächsbereitschaft. Das hat schon als Auftakt eine Menge Spaß gemacht. Und ich bin da rausgegangen und hatte schon alle Kontakte eingesammelt, von denen ich im Vorfeld gehofft hatte, dass ich die vielleicht irgendwie mal vorbeilaufen sehe auf der Konferenz oder auf einer Bühne sehe. Da war ich mit denen schon am Abend beisammengesessen, hatte mit denen Pizza gegessen. Also das muss ich sagen, das haben die ganz hervorragend hinbekommen. Was meinst du, wenn du sagst Kontakte einsammeln? Was ist, was verwirkt sich dahinter? Hast du dich vorgestellt? Hast du dein Projekt quasi in so einem 5 Minuten, wie heißt das, Elevator Pitch irgendwie dargestellt? Oder hast du deren Adressen eingesammelt? Willst du in Kontakt treten? Was meinst du damit? Ich wollte bestimmte Leute kennenlernen. Also Rob Borch zum Beispiel, mit dem wollte ich mich mal unterhalten. Ich wollte ihn mal fragen, auch mit Blick auf die deutsche Szene, was er denn so für Zahlen sieht. Und ich wollte ihn auch fragen, ob er mal Zeit hat, sich mit mir dazu zu unterhalten. Und hat er. Also wir haben jetzt noch keinen Termin festgemacht, aber wir sind in Kontakt geblieben, nachdem wir uns eine Stunde lang wirklich recht angeregt zu allem möglichen unterhalten haben. Von Soundcloud-Niedergang zu Unterschieden in Statistiken zum nicht vorhandenen Serial-Effekt hatten wir alle möglichen Themen. Und das Einsammeln heißt in dem Fall, ich wollte halt bestimmte Leute kennenlernen. Und für mich persönlich war es so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mit denen nicht nur mich kurz unterhalte, sondern wir sogar eine Gelegenheit dann hinterher haben, uns auch mit Blick auf die deutsche Podcast-Szene oder die internationale Podcast-Szene mal zu unterhalten und vielleicht auch in Zukunft in Kontakt zu bleiben, dann wäre das ganz spektakulär, großartig. Und ich muss sagen, das war wirklich auf dem Feld super sinnvoll und erfolgreich. Da gab es Leute, die fand ich super spannend. Dann gab es Leute, die ich dann persönlich kennengelernt habe und mir dann gedacht habe, naja, da habe ich mir jetzt Spannenderes erhofft. Aber einfach mal so diesen direkten Zugang zu haben zu Menschen, die zum Teil Podcasts betreiben mit mehreren Millionen Hörern oder die sowas wie Libsyn betreiben, was ja doch so ein weltweiter Marktführer in dem Bereich ist. Das fand ich super interessant und super spannend. Und die waren eben offen und haben sich Zeit genommen. Also Rob Walsh nochmal mit einer Stunde habe ich mich mit dem unterhalten. Bei John Lee Dumas waren wir irgendwie nach einer Viertelstunde am Ende unserer gemeinsamen Gesprächsthemen angekommen. Also da gab es jetzt weniger Gemeinsamkeiten, aber es war sehr bunt, sagen wir es mal so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du am Ende von Gesprächsthemen ankommst. Mit dir kann man sich doch eigentlich wirklich länger als 15 Minuten unterhalten. Erstaunlicherweise. Aber bevor wir jetzt nochmal weitergehen, du hast mir gerade ein Häppchen hingeworfen, darauf muss ich kurz eingehen. Was ist denn der nicht vorhandene Serial-Effekt? Die Welt, die wir kennen, geht ja davon aus, dass Serial praktisch der Durchbruch für Podcasts war. Und seit Serial irgendwie die Podcast-Abrufzahlen und die Hörerzahlen in die Höhe gehen. Und dass das ja einen ganz dramatischen Effekt auf die Branche hat. Und das ist ein Effekt, der in den Libsyn-Statistiken genau null Niederschlag findet. Also es war wirklich interessant. Rob, der hat auch einen Vortrag gehalten auf der Konferenz, wo er sich mit Marketing und Zahlen und Statistiken beschäftigt hat. Und der hat halt gesagt, durch Serial gab es keinen nennenswerten Spike. Oder also Abrufzahlen sind nicht während Serial sinnvollerweise irgendwie überall hochgegangen. Es gab auch keine Änderungen jetzt in den grundsätzlichen Verhalten. Was aber schon der Fall ist, ist, dass Serial, und so hat er das ausgedrückt, superkompatibel mit Medienberichten ist. Das heißt, Serial wurde ja von Journalisten für Journalisten im Prinzip produziert, wenn du so möchtest. Und entsprechend wurde wahnsinnig viel darüber berichtet und geschrieben, bis alle irgendwie das Gefühl hatten, Serial hat der ganzen Branche einen Schub gegeben. Er sagt aber, die Branche ist seit Jahren in einem kontinuierlichen Wachstum. Und Serial hat daran überhaupt gar nichts, weder zum Positiven noch zum Negativen beigetragen. Sondern das Wachstum hat einfach weiterhin stattgefunden, wie gehabt. Und das fand ich mal super interessant, weil das hat einfach auch so diesen Blick auf unsere eigene Filterblase sehr charmant geworfen. Dass wir selber uns da eine Wirklichkeit zurechtreden, die so eigentlich gar nicht stimmt. Und er hat auch gemeint, es gibt in den USA, wenn man es mal durchrechnet, dann wird Serial von vielleicht 5 bis 6 Prozent der Podcast-Hörern wirklich gehört. Die anderen kennen das aus irgendeiner Form, aus irgendeinem Public Broadcast vielleicht. Und wäre auch nicht annähernd so dramatisch in seiner Wirkung auch auf andere Podcasts gewesen. Also man trifft Leute, die haben keine Ahnung, was Serial ist, während in der Podcast-Szene jeder Serial kennt. Das ist ja ein wirklich interessanter Gedanke oder Erkenntnis sozusagen, dass das so ist. Also bei uns wurde ja Serial tatsächlich als die Erfindung einer neuen Gattung von Hörangeboten sozusagen dargestellt. Wobei, vielleicht ist es so ein bisschen so mit Reisebus-Unfällen im Sommer. Also plötzlich taucht dann jede Woche irgendwie ein Reisebus-Unfall auf und man hat das Gefühl, da ist was ganz Schlimmes im Busch. Aber letztendlich passieren genauso viele Reisebus-Unfälle wie immer, nur weil es plötzlich irgendwo in den Zeitungen steht, haben alle ein besonderes Augenmerk darauf. Und dann ist das so eine konzentrierte Wahrnehmung plötzlich. So stelle ich mir das gerade bei Serial auch vor. Gerade wenn es nämlich dann auch noch ein Angebot ist von Journalisten, die von anderen Journalisten angeschaut werden. Oft ist es ja so, dass die Blase dann auch unter sich sich so ein bisschen beobachtet und darüber schreibt. Genau, also Rob meinte halt, der Effekt bei Serial wäre der, dass normalerweise Podcasts ja eher nischig und lokal auch oft unterwegs sind. Also hängt halt vom Thema natürlich ab. Aber jedenfalls ist es nicht so, dass du landesweit irgendwie Berichte finden kannst über einen Podcast, der normaler Indie-Podcast ist. Und Serial war halt so kompatibel mit den Journalisten, die über Medien berichten, dass die alle, also wenn du als Journalist eben dir keine Mühe machst, dich wirklich mal in das Thema reinzufinden und zu recherchieren, dann was du auf jeden Fall irgendwo findest, ist deinen Journalisten-Kollegen, der über Serial geschrieben hat, weil das ja aus demselben Händen kommt wie This American Life. Und dann war das so eine low-hanging fruit, weißt du. Dann das Themenfeld selber war natürlich spannend. In den USA sind Justizirrtümer und Aufklärung von Verbrechen und so. Das ist ein Thema, das die Amerikaner sowieso gerne mal länger beschäftigt. Es gibt ja auch einen Grund, warum diese ganzen CSI-Formate so super funktionieren. Und entsprechend haut das dann auch noch in so eine Bresche. Und dann war eben der Effekt der, dass wenn die Leute Listen oder Berichte über irgendeinen Podcast geschrieben haben, dann war das halt immer Serial. Und dadurch haben dann alle, die sich für Podcasts interessieren, haben dann irgendwann den Eindruck bekommen, ja Serial ist das, was man sich anschauen muss. Und das ist das, was offensichtlich jeder hört. Und ja, also wie Stefan vom Aufwachen-Pod immer sagt, unsere gesamte Welt und alles, was wir wissen, lernen wir eigentlich aus den Medien. Und da ist es halt auch nicht anders. Wenn alle immer plötzlich über Serial schreiben, dann glauben wir halt auch alle, das ist der Maßstab, nach dem sich alles richtet. Und wenn du dann in die Statistiken guckst, die nun mal nicht lügen, dann ist es eine interessante Beobachtung, wenn der Effekt einfach viel kleiner ausfällt und verschwimmt, als man dann so von der Wahrnehmung her vermuten möchte. Gehe ich voll mit, bis auf die Aussage, Statistiken lügen nicht. Da muss ich, wie ich noch etwas anderer einsehe, also je nachdem, wer sie gemacht hat und mit welcher Intention sie gemacht worden ist. Aber ich glaube jetzt einfach mal diese Download-Zahlen, die du da ansprichst, die tatsächlich belastbar, dass man sagen kann, okay, ja, also da ist jetzt keine besonderen Effekte, gesteigerten Effekte zu erkennen. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass dieser Hype sich vielleicht auf die Art und Weise dann erklärt. Denn hier hat man dann wirklich das Gefühl, es ist irgendwas ganz Besonderes passiert. Bei uns hat man immer zwei Gefühle. Das eine Gefühl ist, dass man muss sich ja die US-Podcast-Szene anschauen, um zu sehen, wo die Zukunft liegt. Also das wird einem ja überall vermittelt. Jeder, der irgendwie so einen, also es gibt ja alle paar Wochen, gibt es ja wieder ein neues Format, Newsletter, ein Portal, was weiß ich, in dem Podcast-Empfehlungen ausgesprochen werden. Und Podcast-Empfehlungen zwei oder drei ist dann garantiert Serial und dann ist auch garantiert irgendwann 99% Invisible und This American Life, kannst du alle runterrattern. Das ist das eine Gefühl, was du immer haben kannst. Jetzt kannst du die Freak-Show aber nicht schlecht machen von gestern. Ja, aber ich finde es immer voll deprimierend, weil einmal schon die Annahme, man muss sich unbedingt die amerikanischen Podcasts anschauen, finde ich, ist halt sehr kurz gesprungen. Es ist auch fantasielos und dann schreiben die halt auch immer einfach nur ab, was sie bei der Recherche über Google finden. Und ja, aber das ist ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen könnten. Was sogar, und das fand ich halt auch sehr interessant, das sind Effekte, die nerven sogar die Leute in den USA eben. Ich meine, sicherlich sind die da nicht genervt davon, dass, also auch auf einem Podcaster-Stammtisch am Rande vom Podcast-Movement kannst du Podcaster dabei zuhören, wie sie darüber abgehen, dass jeder, der was irgendwie über Podcasts schreibt, immer nur über Serial und so weiter schreibt und die lokalen Podcaster vergisst. Das ist exakt dasselbe Genörgel, das ich jetzt gerade von mir gegeben habe, nur eben, dass sie halt diese Sprachbarriere nicht haben. Aber genau derselbe Punkt, genau derselbe Frust und genau derselbe Effekt, dass es eigentlich ja nicht weiterhilft, sondern einfach nur mehr vom Gleichen an immer ist. Ja, ich stelle mir gerade vor, wir haben in der letzten Ausgabe über die drei Angebote der Zeit gesprochen. Also wenn ihr jetzt plötzlich in Deutschland sagen würdet, ja, so wie die Zeit das macht, das ist wirklich Podcasting und das nehmt ihr euch bitte mal zum Vorbild. Und die 15 Jahre Entwicklung in der freien Szene wird komplett ignoriert zum Beispiel. Das könnte ich mir auch vorstellen, das tut dann auch ein bisschen weh. Kann ich mir gut vorstellen. Ja und wird der Sache auch nicht gerecht. Also es ist einfach, auch das war eine Aussage von Rob Walsh, der hat einfach gesagt, in Downloads, in Anzahl, in Stunden produzierter Audio, in der Anzahl interessanter Gäste ist die Independent Podcast Szene einfach um Dimensionen größer als diese radioproduzierten Vorzeigepodcasts. Nur haben die halt für sich es geschafft, ein größeres Teilpublikum zu erschließen und sie sind halt eben dadurch, dass sie aus diesem Radioumfeld kommen, im Vorteil, was das Bewerben ihrer Formate angeht. Aber ansonsten ist es nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Szene. Gibt es irgendein Erkennungszeichen für diese Independent Szene oder diese Küchentisch Podcaster oder wie man sie auch nennen möchte, also die, die jetzt nicht quasi gewerblich in solchen tollen Studios entstehen. Gibt es da irgendwie ein gemeinsames Erkennungszeichen oder ein Label oder irgendwas oder sind das wirklich dann wirklich ganz unabhängige vereinzelte Angebote? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, also wonach du suchst. Also es gibt da natürlich alles. Es gibt Podcast-Netzwerke, die sich zusammenfinden rund um bestimmte einzelne Themenbereiche. Also es gibt Podcast-Netzwerke, die dir helfen, Gleichgesinnte zu finden. Also Podcast-Netzwerke, die sich um Themen rumbilden, was weiß ich, Nerd-Themen oder Sport oder was auch immer. Dann gibt es Podcast-Netzwerke und Clubs, die versuchen, sich gegenseitig dabei zu helfen, interessante Gäste zu finden oder besser zu werden in der Arbeit an ihren Formaten. So was oder Vermarktung gegenseitig unterstützen. Und solche Netzwerke gibt es einfach viel öfter und mehr in den USA als bei uns, einfach weil auch die kritische Masse, glaube ich, da ist. Es gibt einfach genügend Leute, die sich auch zusammenschließen können. Und es gibt genügend Spezialisierung, sodass du halt in so einem Podcast-Netzwerk unter Umständen eben auch jemanden hast, der sich nur ums Editieren von Audio-Files kümmert. Also auch das sozusagen gibt es, dass du sagst, ich schließe mich zusammen und zahle so ein bisschen Beitrag. Und dafür gibt es bei uns einen, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er unsere Podcasts schneidet und irgendwo hin hochlädt. Würde man die jetzt erkennen? Nö, die sind ganz normale Podcaster, die dem Hobby halt ambitioniert nachgehen. Was es auf einer Konferenz wie Podcast Movement natürlich schon gibt, ist, da findest du jetzt eher weniger Podcaster, die nur mit ihrem Handy podcasten. Sondern die meisten haben dann schon den Anspruch, ein ordentliches Mikrofon, vielleicht irgendwie einen ordentlichen Rekorder, manch einer auch ein eigenes kleines Studio zu haben. Das heißt, die, die da rumlaufen, betreiben das schon nicht mehr nur als ein Hobby neben vielen, sondern die haben sich dazu entschlossen, Podcasting als ihre Hauptpassion voranzutreiben. Aber ansonsten findest du Podcaster da drüben genauso, wie du es bei uns findest, durch Empfehlung. Also weitere Empfehlung. Die Anzahl Podcasts, die mir empfohlen wurden in Gesprächen auf Podcast Movement, die war riesig. Und keine der Sendungen, die mir da nahegelegt wurden und die ich da zum Teil dann eben auch behalten hab, hab ich vorher durch irgendeinen iTunes Directory oder durch irgendeine Recherche gefunden. Aber es waren lauter spannende, interessante Projekte dabei, die einfach immer von Hobbyisten oder Begeisterungstätern irgendwann mal gegründet worden waren. Du hast in deinen Videobeiträgen die Kraft der Visitenkarten beschrieben. Das muss ja irgendwie ein besonderer Kommunikationskanal sozusagen sein. Was hat es damit auf sich? Es ist einfach etablierte Praxis beim Podcast Movement gewesen, dass die Leute für ihren Podcast eine Visitenkarte haben. Und die hatte buchstäblich jeder. Also wenn du da jemanden getroffen hast, dann hat der, der hat Hallo gesagt, hat dich gefragt, hey, was machst du so, was ist deine Show, wo kommst du her, sowas. Und irgendwann hat er dann, wenn du über seinen Podcast gesprochen hast, wurde dir halt eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und das fand ich super spannend. Und diese Visitenkarten, die waren eben nicht wie eine klassische Businesscard. Das heißt, die sahen nicht so Business-like aus, so ernsthaft, sondern die waren eben passend zu dem Podcast gestaltet. Also es ging auf diesen Businesscards in der Regel um den Podcast. Und da stand dann eben auch noch irgendwo der Name von dem Macher und wie man ihn oder sie erreicht. Aber im Prinzip ging es im Wesentlichen und im Podcast. Und nachdem ich irgendwie dieses Vortreffen am Abend davor gemacht habe und hinterher 20 Visitenkarten in der Hand hatte, aber selber immer nur gesagt, ja, ich melde mich und du kriegst es per E-Mail und überhaupt, bin ich dann am nächsten Morgen in so einen FedEx-Shop gelaufen und habe denen ein PDF rübergereicht und habe gesagt, das hätte ich jetzt bitte gerne auf Visitenkarten gedruckt. Und habe dann eben auch so einen Visitenkartenstapel mitgenommen und wirklich fleißig verteilt. Und ich fand das super smart. Das fand ich wirklich super smart, weil mit den Visitenkarten, die ich da bekommen habe, wo ja jede Visitenkarte eine Empfehlung für einen Podcast war, konnte ich dann auf daheimreise und auch dann daheim später nochmal Revue passieren lassen, was mir empfohlen wurde, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe danach auch Leuten nochmal E-Mails geschrieben und den Kontakt nochmal aufgenommen und auch welche bekommen. Das fand ich smart. Und ich habe diese Karten, also die Reste von diesen Karten immer noch. Und tatsächlich habe ich inzwischen schon öfter auch mal welche hergegeben. Also immer, wenn ich irgendwo mich mit jemandem über Podcasting unterhalten habe und die Frage gestellt bekommen habe, machst denn du auch einen Podcast, zücke ich inzwischen auch mal so eine Karte und sage, hey, musst du ja nicht jetzt gleich irgendwie nachgucken, aber wenn du interessiert bist, da steht es, da ist die Adresse, wo du das Ding findest, hör doch mal rein, schreib mir doch mal, was du dazu denkst. Und das ist, das funktioniert gut. Also kann man nicht anders sagen. Und das macht bei uns zu Hause, also ja niemand, da ist ja eigentlich, ich habe noch nirgendwo eine Podcast-Visitenkarte in Deutschland in die Hand gedrückt bekommen, aber ich bin mit gut 200 von den Dingern aus den USA zurückgekommen. Ja, bei uns gibt es die Kultur der Sticker, der kleinen Aufkleber. Da gibt es doch, also fast jeder, den ich so kenne, also dieser Ausschnitt, da wird ganz viel diskutiert, wo man den ganz günstig halt so Aufkleber herbekommt, dass man sich das irgendwie auf seinen Laptop, irgendwie auf den Deckel draufkleben kann oder so. Ja, das gab es dort auch und T-Shirts und Tassen und Kugelschreiber und so Socken für Flaschen, damit man keine kalten Hände hat, wenn man eine kalte Flasche anfasst und Handyhalter und Zeug. Also es gab unglaublich viel, wie man ja so liebevoll in Englisch sagt, Schwack, also eine Menge so Werbeartikel einzusammeln und Aufkleber gab es natürlich auch en masse, also wirklich eine Menge. Aber diese Visitenkarten, die haben mich besonders beeindruckt, weil sie einfach so als Erinnerungs-, ja, externer Speicher sozusagen, als Erinnerungsmöglichkeit gedienen. Kann ich mir auch vorstellen, man kann sie sogar an die Wand heften und sagen, den kenne ich und den kenne ich. Stand da irgendwas Besonderes drauf oder einfach nur der Name und vielleicht eine Kontaktadresse? Oder wurde da auch beschrieben, worum es geht? Ja, das war ganz unterschiedlich. Also es gab da zum Teil sehr kreative Visitenkarten. Bei manchen war es einfach nur das Logo vom Podcast und irgendwie der Name plus wer ihn halt macht und wo man ihn erreicht. Also es war unterschiedlich. Da sind Menschen ja auch nicht unbedingt immer gleich in Art und Weise, wie sie sowas angehen. Du hast vorhin gesagt, bei diesen Begrüßungsgeschichten oder bei diesen Einführungen, da hätte es gezielte Übungen gegeben, wie man denn jemanden einsprechen kann. Ich nehme mal an, du brauchst es eigentlich nicht. Du gehst einfach dahin und redest mit den Leuten. Aber hast du das irgendwie mitbekommen? Also was haben die denn da geübt und wie ging das? Ja nee, also es gab einfach ein paar, es gab halt aktive Momente in dieser Session. Also dass man halt gesagt wurde, okay, also jetzt sitzen hier acht Leute pro Tisch. Nehmt euch jetzt mal fünf Minuten und schreibt auf, was die drei Dinge sind, an denen ihr in eurem Podcast arbeiten wollt oder die ihr als Fragestellung mitgebracht habt. Und dann nehmt euch weitere fünf Minuten, um genau das dem Nachbarn zu erzählen. Also solche Art von Netzwerk-Eisbreaker-Übungen. Da gab es drei, vier. Also es gab zum Beispiel auch mal einen Blog, wo sie die Agenda erklärt haben. Und dann gesagt haben, und jetzt setzt euch mal kurz zehn Minuten mit eurem Nachbarn zusammen und erzählt euch mal gegenseitig, welche Session ihr unbedingt angucken wollt und warum. Weil es gab einfach sehr, sehr viele Angebote einfach auch. Und die Idee war dann, dass man sich gegenseitig eine Empfehlung praktisch macht, was man spannend findet und dadurch vielleicht auch einen Blickwinkel auf Vortragsthemen entdeckt, der einem vielleicht gar nicht bewusst gewesen wäre. Und ich empfand das dann einmal als sehr angenehm, weil du ganz automatisch immer wieder einen Grund hattest, dich mit deinen Nachbarn zu unterhalten und am Tisch zu unterhalten. Dadurch hast du die Leute ja auch kennengelernt. Und das Zweite war einfach, du hast wirklich ein besseres Bild hinterher gehabt. Also meine Agenda hatte ich zwar schon so ein bisschen geplant, aber nach diesem Blog, in dem wir alle mal am Tisch über unsere zwei, drei Sessions, die wir garantiert nicht verpassen wollen und warum wir die nicht verpassen wollen, geredet haben, hatte ich ein wesentlich konkreteres Bild, was ich mir anschauen will und was vielleicht nicht so interessant ist als vorher. Und das fand ich einerseits sehr sinnvoll und andererseits hast du halt, wenn du ein paar so Übungen gemacht hast, nicht nur den Mehrwert rausgenommen, besser vorbereitet zu sein, sondern du hast einfach die Leute, die da um dich sitzen, auch ganz gut kennengelernt. Und die hast du dann hinterher immer wieder auf der Veranstaltung getroffen im Rest der Tage und hast sie gegrüßt. Und wenn du für einen Kaffee angestanden bist, hast du dich mit denen weiter unterhalten. Das heißt, dadurch, dass du die dann schon mal da getroffen und kennengelernt hattest, das war dann automatisch so eine Art Tribe, den du im Zweifel, wenn du dir ganz allein da drin vorkamst, konntest du immer in irgendeiner Ecke irgendjemanden rumlaufen sehen, der dir eben bei dieser ersten Orientierung begegnet ist und konntest mit dem dann mal quatschen. Das fand ich eine wirklich sehr geschickt gemachte Idee, sehr geschickt umgesetzt für so eine Konferenz. Dann doch eben dieses Gefühl von Community und du kennst jemanden und bist da eben nicht alleine als so ein Kongressbesucher unterwegs. Das haben die da sehr geschickt hergestellt, fand ich. Das kann man wirklich klauen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Gerade dieses zufällig auf dem Flur Wiedertreffen, die Person, mit der man vorher schon mal ein bisschen etwas mehr gesprochen hat, das gibt so ein Gefühl der Verbundenheit. Und wie du schon sagst, dass man halt nicht so alleine da herumläuft und so orientierungslos ist. Dass man zumindest schon mal so ein paar wie so Eckpfeiler irgendwie so in der Landschaft stehen hat und sagt, den kenne ich, den kenne ich und die 15 dazwischen nicht, aber da kenne ich wieder einen. Oder dessen Gesicht habe ich vor einer Stunde schon mal gesehen. Ja, manche kommt ja da wieder. Also es gab ja zum Beispiel, wenn du dich da angemeldet hast, haben die dir ja so ein Batch gegeben, so ein Umhängen-Namensschild. Und auf dem Namensschild wurde ein Aufkleber angebracht, auf dem die Zahl stand, wie viele Podcast-Movements du schon besucht hast. Und da gab es ja Leute, die da zum Teil zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei waren. Und die hast du dann an diesen Aufklebern erkannt. Und da gab es dann Leute, die haben halt sozusagen beim zweiten Podcast-Movement oder beim dritten sich zum ersten Mal getroffen auf dieser Veranstaltung. Und die haben dann so einen Familientreffen-Moment, auch in dieser Orientierungssession zum Teil. Das ist, wie gesagt, sehr geschickt gemacht. Habe ich einfach mal offen bewundert, weil das war, da hat jemand wirklich gut mitgedacht, wie man trotz so einer Größe und so einer eigentlich ja Sterilität, die schnell einzieht bei so einer Größe, wie man das dann trotzdem noch persönlich und beziehungsgetrieben ausgestaltet. Wären das konkrete Tipps, Empfehlungen, die du jetzt zum Beispiel bei der Subscribe auch vorschlagen würdest zu tun? Oder funktioniert Subscribe an sich auch schon mal ganz gut? Das ist mir auch noch relativ klein. Ich meine, 1200 Leute kommen ja da nicht zusammen. Oder 1500, wie du vorhin gesagt hast. Das ist ja noch völlig überschaubar. Also da hat man sich ja im Prinzip, wenn man das zweite Mal wiederkommt, schon ganz gut im Blick eigentlich. Oder denkst du, könnte man da auch noch was machen? Also bei der Subscribe habe ich zumindest das Gefühl, zwei Drittel der Leute irgendwie zu kennen. Also ich hatte zumindest bei der letzten Subscribe das intensive Gefühl. Und es ist einfach noch relativ klein und überschaubar. Da brauchst du das vielleicht noch nicht so wirklich. Ich meine, es gibt trotzdem Sachen, die wären ganz witzig. Also sowas wie zum Beispiel dieses, dieses Wie oft warst du denn schon dabei? Wie so ein Badge zu haben, den du da tragen kannst, wäre ganz lustig. Oder sowas wie ein Subscribe-T-Shirt zu haben, auch ganz nett. Das Podcast-Movement-T-Shirt war ja auch nicht kostenlos, sondern das konnte man sich kaufen. Aber das hat sich praktisch jeder da gekauft, weil es einfach erstens cool aussah. Und zweitens so ein Ding ist, was dann die Leute, dann hast du dann halt auch Leute erkannt, die schon mal auf der Veranstaltung waren. Und ich glaube, solche Dinge kann man zum Teil übernehmen, muss man jetzt aber auch nicht zwingend, weil da ist einfach auch die Subscribe noch nicht wirklich groß genug. Und es muss halt dann auch zum Charakter der Veranstaltung passen. Bei der Podcast-Movement hat es halt grandios gepasst, muss ich sagen. Also es war wirklich sehr schön gemacht. In meinem Hinterkopf arbeitet so ein bisschen der Vergleich mit zum Beispiel Kongress. Da gibt es ja auch jedes Jahr das Kongress-Logo auf T-Shirts und Hoodies und was weiß ich. Und man sieht ja auch, wenn man da dann herumläuft, dass Leute mit dem Motiv von Vorjahr herumlaufen. Dann weiß man auch schon, das ist ein Wiedergekommer. Der war auch schon mal da. Der gehört irgendwie zu dieser, in Anführungszeichen, Familie schon mit dazu. Das merkt man ja an der Stelle dann auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das was ausmacht. Oder auch jetzt vor nicht ganz langer Zeit waren wir ja beim Podstock. Da hatte die Organ, speziell Sebastian und die Truppe auch, ein bisschen ein Branding gemacht. Also es gab jetzt neuerdings ein Logo. Das fand man dann auch auf Tassen und T-Shirts und ich weiß nicht wo noch. Überall jetzt wurde es per Siebdruck auf Umhängetaschen und Tourenbeutel gedruckt und so weiter. Und das ist erstaunlich, wie dieses Symbol, dieses schlichte Symbol, wie das eine Verbindung herstellt. Ich habe es immer noch bei mir im Auto so auf der Ablage liegen, dass ich es jeden Tag sehe und es ist mir immer noch ein angenehmer Anblick. Ich finde das total faszinierend, wie das wirkt. Das ist echt stark. Ja, also es ist einfach so ein Gefühl, so deine Familie gefunden zu haben. Also das Gefühl hatte ich sowieso von Anfang an, wenn ich mit anderen Podcastern zusammengetroffen bin. Und es war erfrischend zu sehen, dass dieses Gefühl auch in den USA mit dem kulturellen Unterschied und sicherlich den strukturellen Unterschieden, aber trotzdem immer noch da ist. Also ich hatte das Gefühl, eine Menge Basis mit jedem zu haben. Und die waren sehr offen und interessiert und neugierig. Auch gibt es Themen, die für uns so völlig selbstverständlich sind, die da drüben zum Teil erstaunen und völlige Begeisterung hervorrufen. Zum Beispiel kann ich schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich Leuten gezeigt habe, wie cool es sein kann, Chapter Marks zu haben. Don't tell the Germans. Das ist einfach, die Leute schauen sich das dann so an und sagen, warum machen wir das nicht? Ja, es gibt ein paar Einzelne bei euch, die das auch machen, aber nicht jeder. Das allererste Mal, wo ich das gezeigt habe, war dann auch so, ich habe halt erzählt von Chapter Marks und dann haben die gesagt, ja, zeig mal. Und dann habe ich methodisch inkorrekt benutzt, um zu demonstrieren, dass man Chapter Marks haben kann. Die haben sich dann ein bisschen amüsiert über das Deutsch, das sie überhaupt gar nicht verstanden haben. Und so ein Intro von methodisch inkorrekt kann ein bisschen surreal sein, wenn man überhaupt nicht versteht, worum es geht. Aber es war ein schöner Moment, muss ich sagen. Klasse, sehr schön. Was hast du dir denn jetzt speziell aus dem ganzen großen Angebot herausgesucht? Mit welchem Gedanken, oder du hattest ja gesagt, okay, dein persönlicher Auftrag ist quasi die Verständigung, quasi die weltweite Verständigung. An der Stelle deines Panels konntest du das jetzt nicht machen. Hast du dir denn deine Vorträge danach ausgesucht? Also irgendwie was Internationales zu sehen oder eher nach Techniken geguckt? Wonach hast du dich speziell orientiert? Naja, also ich ging da relativ ergebnisoffen rein. Bei mir gibt es immer zwei, drei Motivationen, die bei allen Podcast-Themen, die ich treibe, immer die gleichen sind. Also das eine ist, ich halte Podcast für das genialste seit geschnitten Brot und versuche einfach auch etwas besser zu verstehen, wie das Medium funktioniert und wie es andere interpretieren und was so alles gemacht wird. Also ich möchte einfach sehen, wie andere damit umgehen. Da habe ich viel Spaß dran. Das war natürlich eine große Motivation, bei Podcast Movement vorbeizulaufen. Hatte viel damit zu tun, dass ich einfach mal wirklich ein Bad in dieser Szene nehmen wollte, anstatt immer von Deutschland aus die iTunes-Charts zu sehen. Weil nichts anderes ist es ja. Also wenn du irgendwie jemanden zuhörst, der hierzulande von den ach wie tollen amerikanischen Podcasts redet, der meint immer dieselben fünf, sechs Sendungen, die irgendwie auch jeder kennt. Und ich wollte einfach mal wirklich in dieser Szene ein bisschen teilhaben. Das Zweite war, dass natürlich, wenn du Gespräche führst, worüber führe ich Gespräche? Ich erzähle denen von uns. Und da gibt es ein paar markante Unterschiede. Also zum Beispiel kommt da drüben niemand auf die Idee, mit Headset zu podcasten, um was ganz Banales rauszufischen. Die haben alle irgendwelche dynamischen oder Großmembran-Mikrofone und die kommen bisher nicht auf die Idee oder selten auf die Idee, mit sowas wie unserem geliebten Biodynamics-Headset zu podcasten. Und darüber habe ich halt dann erzählt und dass das Vorteile hat. Oder ich habe von Ultraschall und Studiolink erzählt oder von unseren Veranstaltungen und welche Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten ich wahrnehme. Und da gab es halt viel Interesse. Und ich glaube, dass das einfach sehr schöne Kontakte, vielleicht auch zukünftige Projekte, Ideen zur Folge haben kann. Muss ich jetzt mal schauen, was von den Dingen, die ich dort drüben gelernt habe und von den Kontakten, die ich knüpfen konnte, was davon irgendwelche Früchte tragen wird. Aber es war auf jeden Fall mal ein großer Spaß. Und da gibt es einfach dann auch, also die genießen halt dann auch diesen Blickwinkel von außen zu bekommen. Also ich weiß noch, ich habe zum Beispiel den Leuten von Libsyn mein Leid geklagt mit dynamischer Werbung, die seit neuestem so eine Unart ist in den USA. Dass immer mehr Podcasts so ein dynamisches Werbesystem haben, wo Werbung passend zum Abrufort sozusagen eingeblendet wird. Und das heißt dann, dass du unter Umständen dir einen englischen Podcast anhörst und mittendrin ist Werbepause. Und die Werbepause kommt dann gnadenlos mit Werbung für Krupps auf Deutsch oder so. Und ich sage dir, wenn du gerade eben irgendwie so einen Storytelling-Podcast in Englisch angehört hast und dann plötzlich knallt dir eine deutsche Elektrogeräte-Werbung in die Gehirnwindungen, da kommst du ein bisschen aus dem Tritt. Und das ist so ein Aspekt, den hatten die überhaupt nicht auf dem Radar und hatten das überhaupt nicht präsent. Und es war halt spannend, da auch mal dann eben so diesen Austausch zu haben. Und die hingen dann an meinen Lippen und haben mich gelöchert mit Fragen und wollten hören, was denn so der typische Podcast ist, den man in Deutschland hört und wie lang die sind und was so Themen sind. Also da gab es sehr viel angeregten Austausch. Und das war halt eben die Hauptmotivation, die ich hatte. Also ich komme jetzt nicht in der Mission hier, der Podcast-Botschafter zu sein. Aber es ist dann was, was mir sehr viel Spaß macht, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Weil einfach, ich habe halt wirklich viel zu erzählen, was die noch nie gehört haben. Und wenn die in ihre eigenen Vorträge gehen, hören die halt eine Menge von dem, was du dort drüben auch überall findest. Und umgekehrt konnten die mir Dinge erzählen, die ich noch nie gehört hatte. Also da war viel Spaß. Hast du denn andere Nicht-Amerikaner getroffen, die auch so wie du dann einfach mal mit neugierigen Augen da hingegangen sind, um mal zu schauen, wie die Szene dort tickt und auch von ihrer Heimatszene sozusagen ein bisschen berichtet haben? Also es gab eine Minderheit von Leuten, die außerhalb der USA angereist waren. Die, die ich getroffen habe, waren alle aus professionellem Interesse da. Also die waren alle Teilnehmer von irgendwelchen Unternehmen, die sich mit Podcasts beschäftigen, von professionellen Netzwerken, von Radiostationen, Marketiers. Und die allermeisten waren aus englischsprachigem Ausland. Also ich habe ein paar Leute kennengelernt, die aus Irland oder aus England kamen. Es gab eine Gruppe, die haben einen Preis gewonnen auf dieser Veranstaltung. Die kamen sogar aus Australien angereist. Also zwei von denen waren aus Australien. Es war ein Team von fünf. Da war ein Brite, zwei Australier und ich glaube, die anderen zwei waren, glaube ich, Amerikaner, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gab sowas schon, aber kaum, also ich habe jetzt niemanden getroffen, der wie ich jetzt praktisch aus Privatinteresse da war. Also die wurden alle eingeladen oder waren da, weil sie eben eigentlich wie so ein Satellit der US-Podcast-Szene waren. Und das ist schon ein Unterschied, der mir deutlich war. Wenn Hobby ist, dann war es halt ein lokaler Hobby ist. Was aber auch, glaube ich, in der Natur der Sache ist, es hat ja nicht jeder die Gelegenheit, mal eben auf Firmenkosten rüber zu fliegen, wie jetzt ich da die Gelegenheit hatte. Und es ist auch nicht so, dass man sich jetzt denkt, oh, ich habe jetzt mal 1000 Euro übrig, was kann ich denn machen? Ach, da fliege ich doch mal auf eine Konferenz in L.A. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht das, was der Hobby ist in Europa, mal als erstes irgendwie im Sinn hat, wenn er Geld zum Ausgeben hat. Von daher hat mich das jetzt auch nicht sonderlich gewundert. Okay, also wenn wir mal so ein bisschen an den Anfang deiner Ausführungen zurückgucken, wo du sagtest, ja, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt im 2017, ob ich 2018 nochmal hinfahre, weiß ich nicht. Also da müsste schon noch irgendwie ein Ruf quasi kommen. Also es war jetzt mal zum Kennenlernen, sehr interessant für dich, auch zum Austausch. Aber hast du deinen persönlichen Auftrag, der, ich sag mal ganz pathetisch, der Völkerverständigung, hast du den irgendwie eingelöst? Bist du zufrieden mit dem, was du da erlebt hast? Oder bist du doch eher so ein bisschen noch nicht ganz zufrieden nach Hause gefahren? Also ich war happy. Ich habe viel von dem gemacht, was ich mir erhofft habe. Und ich hatte eine Menge Spaß. Und so gesehen würde ich jederzeit wieder auf Podcast Movement fliegen und daran teilnehmen wollen. Aber es muss halt eine gute Kombination aus praktischer Möglichkeit und auch kostenmäßig sinnvoll sein. Also wie ich es eben schon gesagt habe, ich bin nicht wirklich gewillt mit Unterkunft und Essen und allem 2000 Euro dafür auszugeben, dass ich halt Nerd-Treffen in den USA teilnehme, dass ich auch für wesentlich weniger Geld vielleicht in Europa irgendwo haben könnte. Wenn ich es aber so abbilden kann wie letztes Mal, wo ich im Endeffekt, wenn du so möchtest, für 500 Euro Übernachtung und so richtig viel Geld für Essen musste ich auch nicht ausgeben, weil wurde ja da auch ganz gut durchgefüttert. Also von daher, wenn sich so abbilden lässt, werde ich eine Menge Spaß dabei haben und würde auch gerne die Kontakte, die ich da gesammelt habe, weiter pflegen. Und die pflegen sich wahrscheinlich auch ziemlich gut weiter, wenn man den Leuten einfach ein zweites Mal begegnet in persona. Also muss man mal gucken. Das Event selber fand ich spannend und interessant. Also ich habe Dinge gelernt, Perspektiven eingenommen, Leute kennengelernt. Ich fand zum Beispiel auch super spannend zu sehen, dass da Leute zum Teil podcasten, also dass die Podcast-Macher aus einer viel breiteren Gesellschaft, aus viel breiteren Gesellschaftsschichten stammen als bei uns. Also beispielsweise habe ich ja auf meinem Panel Frauen kennengelernt, die für Rentner podcasten. Das ist für uns, glaube ich, eine ziemlich unterversorgte Zielgruppe, wenn man mal so möchte. Genau, überhaupt, wenn ich jetzt gerade so sage, Frauen kennengelernt, die für Rentner-Podcasten, überhaupt gab es wesentlich mehr Frauen auf dieser Veranstaltung, als ich auf unseren Konferenzen im Allgemeinen treffe und kennenlerne. Solche Dinge zu sehen, war einfach auch was, wo ich mir gedacht habe, hey, wir entwickeln uns vielleicht so ganz allgemein in eine sehr schöne Richtung. Also wenn das ein möglicher zukünftiger Entwicklungsschritt für eine wachsende Podcast-Szene ist, dann hat mir das durchaus gefallen, was ich da gesehen habe. Und würde das auch jederzeit gerne wieder irgendwie unterstützen wollen, was die Podcast-Movement selber angeht. Mit den Veranstaltern habe ich mich unterhalten, auch relativ lang. Und wir haben dann mal zwischendurch mal so ein bisschen ins Unreine diskutiert, und ob man nicht auch mal versuchen könnte, Verbindungen herzustellen. Was weiß ich, mal zu gucken, ob die nicht so eine Country-Reception machen für Europäer, die rüberfliegen. Und man macht so ein bisschen Seitenprogramm für Leute, die aus anderen Ländern auf Podcast-Movement sind, eben um diesen Austausch zu fördern. Oder vielleicht auch mal sowas wie, das kenne ich jetzt aus dem Tech-Konferenz-Umfeld, Viewing-Partys. Also dass du halt sagst, man macht vielleicht eine Konferenz in Deutschland oder überhaupt irgendwo in Europa und die schalten sich mehr oder weniger live zu ein paar ausgewählten Veranstaltungen vom Podcast-Movement dazu. Weil Podcast-Movement war ja wie eine ganze Sammlung verschiedener Formate. Also da gab es einmal die Konferenzen, dann gab es diese Workshops, dann gab es sowas ähnliches wie eine Oscar-Verleihung, dann gab es eben diese Fair. Und ich glaube, da könnte man verschiedene Sachen auch woanders hintragen. Und da wäre ich noch lang nicht fertig mit Dingen, die ich da gerne täte oder cool fände, wenn sie passieren. Aber es muss halt abbildbar sein in einer Welt, in der ich auch noch arbeite und Familie habe. Du hast gerade das Wort Preisverleihung in den Mund genommen. Da werde ich sofort aufmerksam. Hat es einen Podcast-Preis oder sowas gegeben? Und wenn ja, nach welchen Kriterien? Also es gab zwei Sachen. Es gibt einmal so eine Art Podcaster Hall of Fame Veranstaltung im Podcast-Movement. Und das sind Podcaster, die mehr als zehn Jahre podcasten und sich in irgendeiner Form um die Szene verdient gemacht haben. Da ist dann zum Beispiel so jemand wie Adam Curry drin. Ist vielleicht, also für diejenigen, die mit dem Namen überhaupt nichts anfangen können, Adam Curry wird auch da drüben der Podfather genannt. Ich habe gehört, er wäre auch diesmal dabei gewesen. Er war definitiv die letzten drei Podcast-Movements auch immer mit dabei. Und der ist sozusagen der Erste, der überhaupt dieses Medium ins Leben gerufen hat. Der kam auf die Idee, zusammen mit ein, zwei anderen sowas wie ein RSS-Feed zu nehmen, Enclosure reinzupacken und sozusagen Podcasts zu vertreiben. Und der hat dann auch als erster gepodcastet und podcastet immer noch. Und der ist, also Leute von dem Kaliber sind in diesem, in diesem, in diesem Club. In dieser Hall of Fame. Genau. Und da wird einfach auch bei jedem Podcast-Movement wird so eine Handvoll von Leuten diese, diese Mitgliedschaft verliehen. Und das, das läuft dann wirklich auch so ab, dass da jemand, den auch alle kennen, auf die Bühne geht und eine drei Minuten Laudatio auf denjenigen hält. Und dann wird demjenigen oder dem Team, das betroffen ist, also es waren lauter Einzelpersonen in dem Fall, wird dann eben dieser Preis übergeben. Und das, das fand ich schon mal eine ganz nette Einrichtung, muss ich sagen. Einfach weil, weil das einfach schön ist, auch diese Beiträge von, sagen wir mal, Veteranen zu feiern und die dann da auch zu sehen. Und das andere, was es gab, war wie so ein Oscar. Also, dass es in verschiedenen Kategorien nominierte Podcasts gab und denen dann eben auch ein Preis verliehen wurde. Und da lief es dann auch ähnlich ab. Also, da gab es eben dann auch jemand, der für die Kategorie vorging und die Nominierten mal kurz vorgestellt hat und dann so ein Kuvert aufgerissen hat und gesagt hat, und der Gewinner ist. Und dann ist das Team, wenn es denn da war, nach vorne gelaufen und war völlig fassungslos, dass sie einen Preis gewonnen haben. Also, es gab beides. Und die Amerikaner sind da völlig schmerzbefreit. Die haben das gemacht wie eine Oscar-Verleihung und das hat dann irgendwie auch so funktioniert. Also, es fühlte sich gut an. Die Musik war hochwertig. Die Bühne war beeindruckend. Mit so einer Laudatia und so weiter war das auch cool. Und die Leute, die da Preisträger waren, die gingen dann vereinzelt auch etwas rausgeputzter dann auf die Bühne. Also, die haben sich dann eben auch für den Anlass gestylt. Jetzt nicht übertrieben. Es ist immer alles noch halbwegs Nerd-Culture und Jeans-Kultur. Aber trotzdem hast du gemerkt, es war für die dann nicht selbstverständlich, so einen Preis zu bekommen. Und den Preis hat man auch nicht bekommen, weil irgendwie drei Leute über ein Bier sich überlegt haben, okay, wir nehmen jetzt, wir würfeln und das ist der dritte der Nominierten, weil wir eh nur drei haben. Sondern das war halt auch immer reichlich Auswahl in jeder Kategorie für potenzielle Preisträger und auch lauter beeindruckende Podcasts, die da nominiert waren. Und das gab es eben auch. Und das fand ich sinnvoll, hat funktioniert. Funktioniert aber nur deswegen, weil eben die Szene genügend große Formate hat, in denen du da auswählen kannst. War das denn ein Publikumspreis oder war das ein Jurypreis? Wie wurden die denn ausgesucht? Da fragst du mich jetzt zu viel. Das habe ich mir nicht genau angeguckt. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwann eine Möglichkeit gab, Nominierungen reinzureichen. Und ich glaube, dass es so eine Art Jury gab, aber ich, keine Ahnung, habe mich auch nicht so in Tiefe interessiert. Also ich habe mir diese Veranstaltung ein bisschen angeguckt, aber hatte dann irgendwann ein Gespräch am Rand mit jemandem, mit dem ich dann rausgegangen bin, weil ich das Gespräch einfach interessant fand. Aber ja, also die Details kann man wahrscheinlich auch nachlesen, wenn man einfach mal ins Web guckt. Ja klar, nur mal so aus Neugier. Die Preisverneihung hier in Deutschland wird ja immer so ein bisschen eher so hin und her diskutiert. Wir haben es erlebt in Essen, da hat der Podcastverein in Person Torsten Runte im Frühjahr Preise vergeben und das soll auch im nächsten Frühjahr wieder so sein. Die Idee, also eine der möglichen Ideen, die man damit verbindet, ist ja Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Also vielleicht, dass irgendwo in irgendeiner Zeitschrift oder vielleicht in einem Audio-Medium, in einer Radionachricht oder in einem Feature oder so irgendwo mal auftaucht, es hat diese Preisverleihung gegeben, die und die Personen oder die und die Projekte wurden ausgezeichnet. Hast du gesehen, dass da irgendwie eine mediale Wahrnehmung war? Waren da irgendwie Fotografen oder vielleicht Filmteams oder irgendwie sowas? Hat das irgendwie Niederschlag gefunden? Ich kann jetzt nicht beantworten, wie sehr das sich in den Pressespiegel gefunden hätte. Ich finde, zu so einer Preisverleihung kann man ganz viel sagen und die kann verschiedene Zwecke erfüllen. Also so eine Preisverleihung könnte ja zum einen auch dazu dienen, Leute zu ehren, die sich wirklich verdient machen, also die wirklich was Tolles auf die Beine stellen und das sozusagen als ein Vorbild auch für die anderen damit markieren. Es könnte eine Motivation sein. Es kann ja vielleicht auch so eine Presseaufmerksamkeit damit erzeugt werden. Aber ich glaube, diese Presseaufmerksamkeit, die erreichst du nur durch zwei Dinge. Das eine ist, es muss eine wirklich bombastische, coole Veranstaltung sein mit wirklich interessanten Beiträgen. Also du kannst nicht einfach sagen, oh, nominiert mal und wir haben zehn Kategorien und wenn du dann zehn Podcasts hast, dann haben die alle gewonnen. Und das Zweite ist, du brauchst eine entsprechende Mechanik, mit der du auch sicherstellst, dass das, was du da nominierst und auszeichnest, dass das auch nominierungs- und auszeichnungswürdig ist und dass die Kategorien in sich stimmig sind und so weiter. Da hilft es dann sehr, wenn die Jury oder die Verleiher einen entsprechenden Ruf selber schon mitbringen. Also wenn niemand den Verein oder die Verleiher kennt, dann wird auch der Preis keine Aufmerksamkeit erzeugen. Und im Fall vom Podcast-Movement hast du halt nun mal den Fall, dass sozusagen das Who is Who zum Teil diese Preise vergibt und das Who is Who zum Teil diese Preise bekommt. Also es gab NPA-Podcasts, die Preise bekommen haben. Es gab, also diesmal nicht, aber beim letzten Mal war zum Beispiel Gimlet da und auf der Bühne und hat auch eine Keynote gegeben. Und die Verleiher, das sind zum Teil Leute, die eben Podcasts mit Hunderttausenden von Abrufen pro Episode haben. Da hast du halt einfach ein ganz anderes Gewicht und damit auch eine ganz andere Sichtbarkeit. Und wenn dann die Veranstaltung noch Spaß macht und du gezielt Presse einlädst und eben so diesen extra Aufwand betreibst, dann funktioniert das sicherlich auch vom Marketing-Effekt her. Aber nur einfach einen Preis zu verleihen, hat wahrscheinlich ungefähr null Effekt. Und das ist eben die Schwierigkeit, die ich oft habe, wenn ich mir Preise angucke, dass ich entweder die Methodik nicht nachvollziehen kann, also Zweifel an der Preiswürdigkeit der Leute habe, oder das ganze Ding einfach auf Tönern in den Füßen steht und damit diese Sichtbarkeit gar nicht gegeben ist und dann auch natürlich diese Auszeichnung selber auch nicht mehr ganz so viel motivierenden und anschiebenden Effekt hat. Okay. Kann man sich auch noch einiges abgucken, insbesondere auch in der Darreichung. Also wenn du sagst, da war Musik, hochwertige Musik und ein bisschen Show, dass da nicht noch Goldglitzer von Tonner Decke gefallen ist, das war wahrscheinlich alles in dem Moment. Das war eine bombastische Bühne und die, also allein diese, diese Einspieler und diese Musik und die, die Voice of God heißt es ja, also das, Voice of God heißt diese, diese Stimme, die, die sagt, wenn er, bevor jemand auf die Bühne geht, please welcome, allein, dass du sowas hast und das natürlich dann auch keinen Hobbysprecher macht, sondern jemand mit einer bekannten Stimme und so weiter, das kostet ja auch alles Geld. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum dieses, diese Konferenz 600 Dollar pro Ticket aufruft. Die stecken dann diese, diese Kohle in einen entsprechenden Show-Effekt und dieser Show-Effekt sorgt dann, wenn du Glück dafür hast, auch für eine wohlwollende Berichterstattung, weil wenn die Leute, die du erreichen willst, Spaß haben und das als gewichtig und ernsthaft wahrnehmen, dann, dann hast du, wenn du Glück hast, auch den, den Verstärkungseffekt. Warum? Ja, das kann aber doch nicht alles gewesen sein, was, was 600 Euro gekostet hat. Eigentlich, so hatte ich das verstanden, wird diese ganze Konferenz von den ausstellenden Sponsoren getragen, finanziell. Was glaubst du denn, warum du nochmal 600 Euro bezahlt hast, außer für The Voice of God, die anhören? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel es da gekostet hat, so einen Sponsorenstand zu haben und ich kenne natürlich die Aufstellung nicht, die die jetzt da rechnerisch gemacht haben, aber ich weiß so ein paar Sachen über die Preislagen und ich sage mal so, eine Konferenz für 1500 Leute in einem Hotel wie Marriott, Nähe vom Disneyland, zu machen in einer Zeit, die auch nicht Nebensaison ist. Da kostet, also da kostet diese Konferenz wahrscheinlich in der Qualitätsstufe mit den Bühnen, mit der Technik, die die da hatten, mit dem professionellen Fotografen und dem professionell produzierten Video und der Sprecherlounge, die in der Verpflegung bereit gehalten wurde und so weiter. Die haben wahrscheinlich Produktionskosten von irgendwas um die 800.000 bis 1,2 Millionen Dollar und die musst du reinbringen. Die bringst du zum Teil dann durch Ticketpreise rein, zum Teil durch Sponsoren, zum Teil dadurch, dass du Dienstleistungen außenrum verkaufst. Vielleicht haben die auch irgendwie es geschafft, ein paar Sachen billiger zu kriegen, kann ich nicht einschätzen, aber das wäre so Bauchgefühl, die Größenordnung, in die ich dieses Event gepackt hätte. Und wofür hast du dann das bezahlt? Naja, dass sich das wirklich nicht nach einem Hobby angefühlt hat, sondern nach einer Konferenz mit professionellem Anspruch, mit Sprechern. Also wenn du bestimmte Sprecher dort gesehen hast, die haben halt auch ein Honorar haben wollen. Also da gibt es Leute, wenn du jemanden von NPA auf der Bühne haben willst, der spricht da nicht für umsonst. Wenn du den Carlin einfliegst, der macht recht bekannte Podcasts da drüben, zum Beispiel, wie heißt Hardcore History oder Common Sense, denn Carlin ist dafür bekannt, stundenlange Podcasts zu machen. Der hat eine Keynote gehalten und der Macher von The Lore hat auch eine Keynote gehalten. Beides eben sehr bekannte Leute und die werden wahrscheinlich jeder ein, keine Ahnung, irgendwas zwischen 2.000 und 4.000 Dollar Honorar für ihre Arbeit da verlangt haben. Das sind alles so Teile, die da zusammenkommen. Dann gab es an jedem Abend gab es eine Veranstaltungsparty. Also mal war es ein Rooftop, auf dem man Häppchen essen konnte. Dann gab es eine Party zwischen den verschiedenen Konferenzzentren da, die es dort gab. Auch das will finanziert sein. Also für sowas zahlst du das dann im Endeffekt. Okay, ja, Party klingt natürlich ganz gut, muss ich sagen. Und das ist halt nicht so, das ist nicht so ein Selbstläufer, Selbstläufer ist falsch, also so ein Gutwill-Veranstaltung wie der C3 ist, wo die Speaker für, also unbezahlt sprechen, das kann man sich natürlich schon vorstellen. Das ist ja ganz komplett anders angelegt. Ja gut, dann muss man halt die Speaker bezahlen. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht im Kopf, das stimmt. Fände ich ja mal spannend, irgendwie zu wissen, ob man so ein Modell wie ein C3 auch irgendwo anders machen könnte. Also wie viel davon ist eigentlich kulturabhängig? Und wie viel davon ist einfach Kultur in der gewachsenen Teilnehmer-Community abhängig? Es gibt ja auch andere Konferenzen, die, sagen wir mal, ähnliche Modelle fahren. Mir fällt zum Beispiel die Republika ein, die ja auch relativ, sagen wir mal, community-zentrisch und lobpreisig daherkommt, aber trotz allem sehr hochwertig als Konferenz angelegt ist. Ich glaube nicht, dass es zwingend so gemacht sein muss wie dieses Podcast-Movement, aber das Podcast-Movement kam halt als eine klassische Großkonferenz daher und die hat halt ihren Preis. Naja, da wird man wahrscheinlich bekannte Formate thematisch umgewidmet haben oder sich an bekannten Formaten orientiert haben. So rum einfach. Man will was zum Thema Podcasting machen und man kennt es eben aus anderen, was weiß ich, aus Software-Konferenzen oder so oder Developer-Treffen oder so, die dann ähnlich ablaufen, unterstelle ich jetzt mal. Ich weiß es nicht aus erster Hand, aber ich stelle es mir halt so vor, dass man einfach sagt, okay, dann machen wir ein anderes Thema, aber ungefähr das gleiche Setting. Ja, verständlich. Ja, klar. Ich würde gerne den Sebastian mal ansprechen und mit ins Gespräch hineinholen, weil wenn du sagst, Podcast-Movement hat im Prinzip mit sowas ähnliches wie Spot-Talk angefangen, da klingelt natürlich eine Verbindung auf, die zu Sebastian hinführt. Sebastian, kannst du dir vorstellen, dass sowas aus sowas werden kann? Nun ja, wir sind ja jetzt keine Konferenz, also das haben wir ja im Orga-Team eigentlich relativ gut rauskristallisiert, auch nochmal dieses Jahr. Das heißt, dieses Lockere wollen wir eigentlich beibehalten, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, der nächste Schritt wäre irgendwie, da konferenziger zu werden. Das kann ich mir also insofern jetzt nicht vorstellen, deswegen ist das natürlich schwer, jetzt beides zu vergleichen. Ja, okay, verstehe ich. Hast du von dem, was der Dirk erzählt hat, ein komplettes Bild von der Veranstaltung oder hast du selber noch irgendwie unklare Punkte, wo du sagst, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also was mich noch vielleicht interessieren würde, die Hersteller, die da waren, hatten die jetzt speziell angepasste Software oder Lösungen parat oder haben die einfach ihr Standardportfolio quasi hingestellt und gesagt, das könnt ihr testen, aber so richtig auf die Bedürfnisse sind sie nicht eingegangen. Kannst du da vielleicht ein paar Erfahrungen schildern? Du meinst jetzt so Mikrofontechnik und so was? Ja, oder halt auch DAWs und solche Geschichten. Also Audition habe ich glaube ich auf irgendein Bild mal gesehen. Ja, Hindenburg war da. Gut, Hindenburg ist ja schon sehr stark auf Audio, gerade auf Gesprächsinhalte fixiert, aber so Audition ist ja eher, sag ich mal, ja auch in der Musikerwelt natürlich glaube ich mehr vertreten und ob die da jetzt auch speziell im Bereich auch nochmal speziell was gezeigt haben oder sich jetzt einfach nur da aufgestellt haben. Ja, der typische Dreiklang, was DAWs angeht in den USA scheint ja Pro Tools, Audition oder dann mit weiten Abstand Hindenburg zu sein. Und dazwischen gibt es irgendwie alles. Im Low-Cost-Bereich gibt es dann da drüben eben auch die Empfehlung, wie bei uns, dass gesagt wird, hey, Audacity oder GarageBand ist ein guter Start. So ganz platt gesagt. Die Pro Tools waren nicht vertreten. Also die hat man, die müssen wahrscheinlich auch nicht vertreten sein, weil die sind praktisch gesetzt als das, was man im Radio so benutzt. Das ist auch der Standard, den alle professionellen Editoren da drüben verwenden. Also wenn du jemanden dort hirst, der für dich irgendwie Sendungen schneiden soll oder so, die benutzen wahrscheinlich Pro Tools. Und Audition hat an seinem Stand jetzt nichts speziell angepasst gehabt, aber sie hatten alle irgendwie so, also es gab auch Hersteller von Filtern und ähnlichem und die haben versucht eben Setups zu zeigen, die sinnvoll sind für Sprachaufnahme und Podcastproduktion. Gut, Hindenburg war speziell. Dann gab es eine Menge von speziellen Dienstleistern rund um das Thema Podcasting, also Podseat, nicht Podseat, wie heißen sie, Podbean, irgendwas mit Pod, also so ein Podcast Hosting Service zum Beispiel oder Libsyn ist ein Beispiel, Blueberry war da. Also die, die gab es natürlich, die spezielle Angebote für Podcaster haben. Dann die Mikrofonhersteller, da war es so, dass die einmal einfach ihr Portfolio an sprachgeeigneten Mikrofonen natürlich dargestellt hatten und dann gab es interessante, spezielle Devices. Also beispielsweise von Shure gibt es so einen kleinen Mini-Rekorder, den man verwenden kann, um sozusagen aus einem Standard-Shure-Mikrofon so eine Art mobiles Setup zu machen. Solche Dinge hatten sie dann da und haben erklärt, passend zu Aufnahmesituationen, welches Mikrofon denn geeignet wäre und was man denn da idealerweise vielleicht auch benutzen könnte. Also so gesehen hatte ich schon das Gefühl, dass die versucht haben, auf die Zielgruppe zuzugehen und die meisten hatten eben auch ein spezielles Angebot. Da im Gegensatz standen dann allerdings auch so Sachen wie WordPress, die auch einen Stand da hatten und eigentlich gar keine Antwort auf die Frage hatten, was denn an ihren Standardangeboten so besonders interessant für Podcaster sein soll. Also ich meine, du kannst jetzt natürlich dir bei WordPress.org einen Blog schießen, aber wenn du das zum Podcast-Hosting verwenden möchtest, dann musst du ja dann doch schon einiges an Hand anlegen und da hatten die zum Beispiel gar keine Antwort drauf. Also es gab so das ganze Feld, könnte man so sagen. Dann gab es ein paar Anbieter, die spezielle Lösungen rund ums Podcasting boten, also Netzwerke zum Beispiel, in denen du Mitglied werden kannst, gegen eine Mitgliedsgebühr, die dir helfen, gezieltes Feedback einzusammeln für deine Podcasts, Marketing-Unternehmen, die dir helfen, Schwag zu produzieren. Es gab einige Schwag-Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben, also wirklich spezialisiert haben, Podcaster zu bedienen. Fand ich auch interessant, so Interview-Vermittler. Also ich hatte das Gefühl, in Kurz, dass die meisten versucht haben, der Zielgruppe gerecht zu werden. Es gab natürlich wie immer auch ein paar Ausnahmen. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, aber vielleicht bei WordPress, vielleicht hilft es ja schon enorm, dass wenn da natürlich jeder vorbeikommt und die dann jedes Mal irgendwie da keine Antwort drauf finden, dass sie dann irgendwann dann auch mit diesen Themen dann zurückkommen und sagen so, okay, uns spielt da was im Portfolio. Ich hatte nicht den Eindruck, die haben einfach ihren Schwag verteilt und ihr den Flyer mit den Angeboten in die Hand gedrückt. Aber als ich da mich hingestellt habe und gefragt habe, was denn sinnvoll wäre, haben sie im Endeffekt, also ich habe dann gefragt, in welchem Paket denn zum Beispiel so übliche Podcast-Plugins drin wären. Also ob man denn bei Ihnen im Standard-Repertoire so was wie wenigstens das Blueberry oder das Really Simple Podcasting-Plugin oder so was hätte. Ja, hat man alles nicht, aber für den ganz großen Paket für irgendwie 40 Dollar im Monat, da könnte man ja dann anfangen eigene zu installieren. Okay, also danke für das Gespräch. Also war nicht wirklich, also die haben im Endeffekt mit guten Werbegeschenken geglänzt. Verstehe, okay. Naja, gut. Das gibt es dann natürlich auch, klar. Gab es auch Angebote aus so was wie einer Open-Source-Community an der Stelle? Na, also da sind wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen bei dem Kulturunterschied. Ich habe das Gefühl, in den USA sind die Leute relativ schnell dabei, eben Dinge dann auch für Geld anzubieten. Und das schließt sich dann oft leider so ein bisschen aus. Also da ist es wahrscheinlicher, dass jemand einen Kickstarter ins Leben ruft und versucht ein Startup zu sein, um was beizutragen, als eine Open-Source- Community zu gründen, wie es bei uns wahrscheinlich immer so der erste Schritt ist. Da bestätigen Ausnahmen die Regel, aber jetzt auf Podcast Movement selber sind mir keine von diesen Ausnahmen begegnet. Also so reine ge-crowdsourcete Lösungen oder Open-Source-getriebene Lösungen eher selten, eher weniger. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, das mir da einfällt, ist Adam Curry, der ja so eine Art spezielles Interface-Aufnahme-Device momentan versucht zu bauen. Und der hat das Ding eben auch nicht als eine Open-Source- Hardware-Lösung ins Leben gerufen, sondern er hat im Prinzip einen Kickstarter gemacht und lässt sich das jetzt finanzieren, dass er das in China irgendwie produziert und hinterher für 150 Dollar das Stück verkauft. Das ist irgendwie das Modell, das den Leuten näher zu liegen scheint. Ich glaube für um die 500 war das Einstiegsmodell oder hat sich da was geändert? Vielleicht habe ich einfach den Preis nicht richtig im Kopf gehabt. Also es war halt irgendwie, 150 wäre auch wirklich sehr relativ niedrig, ja. Lass mich mal gucken. War jetzt sowas, ich das letzte Mal noch als echter, ich habe jetzt auch schon lange nichts Neues mehr von dem Präsenz. Indie Coco ist das. Ja. Ist die Kampagne, die müsste ja eigentlich schon vorbei sein, ne? Oder läuft die noch? Also scheint noch, nein, nee, die ist geschlossen, genau. Ja, da hat er irgendwie 600 Dollar hatte er davor. Ja, das kommt hin. Oder warte, 500? Ja, irgendwie so in der Größenordnung hast du schon recht. Hatte ich eine falsche Zahl im Kopf. Aber es, trotzdem ist ein gutes Beispiel, weil ich meine Adam Curry ist der, der wohl da am nächsten als so eine Art Aktivist einem in den Sinn kommt und der, der baut halt dann auch lieber irgendwie so eine Lösung und versucht eben den amerikanischen Traum damit zu verwirklichen, als zu sagen, wir machen das als Community und wird dann allen zugutekommen. Hast du das Gefühl, dass da so ein Wir-Effekt irgendwie auch eine Rolle gespielt hat? Also dass man sich wirklich als Community versteht, vielleicht auch irgendwie Community-Regeln irgendwie so, wenn sie auch nicht ausgesprochen werden, definiert oder ob es wirklich so mehr so ein Individualisten-Treffen gewesen ist? Sowohl als auch. Da gab es ja eine Menge Leute, die sich irgendwie schon kannten und die haben sich sehr gruppenzugehörig und communityartig angefühlt. Es gab Individualisten, aber so generell war es eine sehr offene, sehr herzliche Veranstaltung. Also einfach, ja, die Leute waren drei Tage da, um nichts anderes zu machen, als mit anderen Podcastern Spaß zu haben und über Podcasting zu reden. Und das war dann natürlich auch von der Atmosphäre her recht locker. Und du hast so das Gefühl gehabt, endlich mal normale Leute. Das ist ja dieses Zitat, was immer wieder mal aufkommt. Also es war jetzt auch bei allen Unterschieden waren das trotz allem alles sehr, sehr interessante und sehr hemmsärmliche Gesprächspartner, die oft mit, ja, mit ähnlichen Themen umgehen, wie wir eben auch. Deswegen habe ich mich da zumindest sofort zugehörig gefühlt und ich nehme an, das ging nicht nur mir so. Das ist einfach schön zu hören, dass das so nahtlos funktioniert. Du hast Travis Doe getroffen, auch einer unserer Gäste auf der Gartenbank. Was habt ihr denn gemeinsam gemacht da? Ach, also wir haben uns, irgendjemand hatte Travis angepingt, dass ich ja da wäre, nachdem er gesehen hatte, dass Travis vorhatte, vorbeizukommen. Und wir haben uns dann versucht, gegenseitig einen Tag lang zu finden, waren dann immer irgendwie abwechselnd im, entweder gerade im Vortrag oder in irgendeinem Gespräch und sind ein paar Mal aneinander vorbeigelaufen. Aber wir hatten dann am zweiten Tag, glaube ich, fast den halben Tag, die immer wieder mal zusammen rumgehangen sind, uns unterhalten haben, über diese, dieses Gelände geschlendert sind. War auch mal sehr cool, das Gesicht zu dieser Stimme zu treffen. Und ich sage mal so, Travis ist ja auch so ein Brückenbauer. Also er ist ja, er ist ja ein Sonderfall in beiden Podcastszenen, wenn man so möchte. Und das finde ich dann eben auch noch sehr, sehr spannend. War für mich auch ein ganz besonderes Happening, weil, weil es eben jemand ist, den, den ich auch hier bei uns schon wahrgenommen habe und wo ich mich dann gefreut habe, ihn mal persönlich zu treffen kennenzulernen. Und der hat mich dann auch irgendwie bei Leuten vorgestellt und ja, ein bisschen rumgereicht. Und das war, war auch wirklich sehr, sehr cool. Übermorgen ist der International Podcast Day, der 30.09. Spielte dieses Thema irgendwie eine Rolle? Viel gelegentlich, aber war jetzt, also ich habe es, ich habe es wie gesagt gehört, weil es einzelne gab, die da irgendwie involviert waren. Aber es war jetzt kein dominantes Thema auf der Konferenz selber. Also es war eher sowas, was ich im Gespräch mal zwischendurch gehört habe. Okay. Aber es gab also ein paar von den Organisatoren dahinter und Ideengebern und mit Podcastern waren auf Podcast Movement. Also es ist so wie bei uns irgendwie es diese Saison gibt, in der alle davon sprechen, dass sie auf dem Kongress waren oder auf der Subscribe. So gibt es halt dort eben diese Zeit, in der alle davon sprechen, wen sie denn nicht alles im Podcast Movement getroffen haben. Und die Initiativen, die auch dann manchmal zu uns rüberschwappen, die kommen eigentlich aus diesem Zirkel, aus diesem Kreis von Leuten in aller Regel. Und so gesehen, ja, also ich sage mal, auch wenn du, was ja zum Beispiel, was du vielleicht kennen könntest, ist ja der Podcaster Roundtable. Ja, und die Macher von dem Podcast Roundtable, die waren praktisch alle auf Podcast Movement unterwegs. Also da konntest du dich mit Dave Jackson oder Daniel J. Lewis unterhalten. Die waren da, Dave Jackson arbeitete bei Libsyn und Daniel J. Lewis hatte seinen eigenen kleinen Stand da. Also und das sind ja auch die typischen Gestalten, die sowas wie International Podcast Day bewerben und auch weitererzählen. Und entsprechend kam das mal auf. Kann ich mir vorstellen. Jetzt aber zum Schluss handaufsärzt. Was hast du denn dann an Equipment gekauft von den tollen Ständen? Nix. Ich bin gut aufgestattet. Warst du ein tolles Mikro mitgenommen? Nee, die haben auch dort nicht verkauft. Also du konntest nicht dort direkt kaufen. Wenn du sowas machen möchtest, dann wird der Preis, den du aufrufen musst als Veranstalter gleich mal nochmal viel höher und die Komplexität steigt, weil du nicht mehr einfach nur eine Konferenz bist. Entsprechend ist meistens auf so Veranstaltungen so, dass du zwar anschauen und ausprobieren darfst und Visitenkarten tauschen und Prospekte mitnehmen und gerne auch online bestellen, aber nicht vor Ort direkt einkaufen kannst. Aber unabhängig davon bin ich auch gut ausgestattet. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, in die USA zu fliegen, um mir da ein Mikro zu kaufen, das ich hier auch kriege. So gesehen habe ich kein Geld ausgegeben. Also nicht für Equipment. Aber für dein Studio, du hast dir was eingerichtet zu Hause. Ja. Seit ich 20 bin, hatte ich kein eigenes Zimmer mehr und jetzt habe ich wieder ein eigenes Zimmer. Oh, wie kommt's? Hast du angebaut oder wie hast du es gemacht? Nee, wir sind umgezogen. Meine Familie und ich, wir haben Haus gewechselt und das Haus, in das wir jetzt gezogen sind, ist zwar ein bisschen kleiner, hat aber ein Zimmer mehr. Und entsprechend habe ich dieses Zimmer als mein persönliches, muss ich mir mit niemandem teilen, Arbeitszimmer bekommen und habe das zum Arbeitszimmer schrägstrich Podcaststudio erklärt. Und entsprechend habe ich hier Platz für mein Audiozeugs und Dämmschaum an der Wand und Dirk-Deko überall rumstehen. Also von daher fühle ich mich hier in Dirk-Deko. Naja, also. Kleine Autos? Nee, nee. Also hier steht zum Beispiel ein Lego Millennium Falcon oder eine Halo Commander-Figur oder ein My Little Pony Pony. Also ich habe so ein bisschen Spielzeug um mich rumstehen aus allen möglichen Arten, Formen, so ein bisschen Android-Fan-Ware, Comic-Bilder an der Wand, solche Sachen sind hier strategisch verteilt im Zimmer. Ja, das ist natürlich schön, wenn man so einen Platz hat. Kannst du dann alles stehen lassen, quasi im podcastfähigen Modus oder musst du es immer hin und her räumen, weil du ja auch noch das Zimmer sicherlich anders benutzen willst? Ja, also ich habe ja einen Beruf, in dem ich, wenn ich daheim bin, ich überwiegend entweder am Computer an Dokumenten arbeite oder in Videokonferenzen bin. Und entsprechend kann ich hier alles stehen lassen. Also ich sitze beim Podcasten am Computer und ich sitze, wenn ich arbeite am Computer. Und der einzige Unterschied ist, wenn ich podcaste, ist der Mikrofonarm vor mir und wenn ich normal arbeite, ist er so gedreht, dass er nicht im Bild ist. Aber ansonsten bleibt ja alles so, wie es ist. Das klingt nach ziemlich traumhaften Zuständen. Ja, ja. Ich bin gerade sehr glücklich, ja. Gab es da keine Konkurrenz aus der Familie, die vielleicht das Zimmer haben wollten? Naja, also ich habe mich schon bereit erklärt, dass mein mittlerer Sohnemann, der Gitarre spielt und ein bisschen komponiert und scharf auf meinen Synthesizer ist, dass der hier auch hin und wieder mal sich austoben darf. Von daher teile ich das Zimmer bereitwillig mit Kind und Kegel, wenn es denn dazu dient, Musik zu machen, aufzunehmen. Aber es ist mein Zimmer. Also es erklärtermaßen mein kleines Reich hier. Super. Ist da die 540. Episode vom Anerzähler entstanden? 504 und 505, genau. 505 kommt ja heute Nacht. Wieso? Wir müssen erstmal gratulieren zu 500. 500 Episoden Anerzähler. Die hattest du, als du zuletzt bei uns zu Gast gewesen bist, noch nicht. Aber jetzt hast du sie. Also ganz, ganzlichen Glückwunsch. Happy 500. Dankeschön. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Podcast-Folgen produziere, als ich angefangen habe. 42 wolltest du machen. Das ist aber weit darüber hinaus gegangen. Ja, ich würde sagen, es endet wahrscheinlich auch noch weit in der Zukunft. Ich habe Spaß dran. Musste halt jetzt irgendwie Druck und stressbedingt ein paar Wochen Zwangsaussetzen, weil irgendwann gingen mir die Podcasts, die ich auf Reserve hatte, aus. Und wenn du ein paar große Projekte zum Abschluss bringst und umziehst, dann wird es irgendwann, irgendwann wird es halt einfach eng fürs Hobby. Aber jetzt ist alles soweit wieder in trockenen Tüchern und ich habe ja, wie du gerade schon angedeutet hast, den Faden wieder aufgenommen mit der 504. Super, sehr schön. Mit dem Thema Podcasting Movement sind wir eigentlich soweit durch, aber du hast noch ein Thema gesetzt im Sendegate und zwar hast du dich mit Soundcheck von echten Hörern auseinander gesetzt, zumindest die Idee geboren. Und ich glaube, der Lars hat das hier als Thema eingebracht. Lars, was möchtest du vom Dirk wissen dazu? Ja, erst mal würde ich gerne mal hören, wie kommt man auf diesen, auf diesen Gedanken? Also du hast ja im Sendegate dazu was geschrieben. Also ich zitiere mal, die Idee ist, die Aufgabe, also es geht um Clickworker, die Idee ist, die Aufgabe auszuschreiben für drei Dollar zehn Minuten Podcast zu hören und dann 300 Worte Review zu schreiben. Ich habe das dann für meinen englischen Podcast probiert und tatsächlich in erstaunlich kurzer Zeit hervorragendes Feedback bekommen. Stellte sich dann die Frage, ob das nicht auch in Deutschland möglich ist. Spoiler, es ist möglich. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also zuerst mal ist die nicht meinem genialen Gehirn entsprungen, sondern ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand genau das gemacht hat mit einem, mit Amazon Mechanical Turk. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist sozusagen ein Dienst von Amazon, in dem man Kleinstaufträge vergeben kann. Da gibt man auch selber einen Preis an, den man bereit ist zu zahlen und Kleinstaufträge können sein, vergleiche zwei Bilder oder korrigiere diesen Satz oder keine Ahnung, zeichne ein Schaf, gab es alles schon mal. Können also praktisch alle Arten von Aufgaben sein, die damit, die von zu Hause aus mit einem Computer erledigt werden können. Und Mechanical Turk ist eigentlich ein super spannendes Modell, weil es gibt praktisch wie so eine Art Marktplatz, in dem man als sozusagen Clickworker sich registrieren kann und beitragen kann und als Anbieter sozusagen Dienstleistungen suchen kann. Und es gibt sogar eine API, das heißt, man kann sogar hergehen und kann den Mechanical Turk in seine eigenen Anwendungen einbauen. Das ist wirklich ein interessantes Modell. Und es sind so Kleinstbeträge und es gibt Leute, die leben da direkt von. Ich meine, die machen jetzt sicherlich kein dickes Gehalt, aber es ist immerhin auch, wenn man das, wenn man das gut macht und wenn man die, sagen wir mal, etwas wertvolleren Jobs sich ernehmen kann, dann kann es auch ein durchaus tragbares Modell sein. Und ich habe eben einen Artikel gefunden, in dem jemand beschrieben hat, wie er den Mechanical Turk mal benutzt hat, um Feedback für einen Podcast zu bekommen. Und ich habe dann, erster Gedanke war, oh, das probiere ich jetzt mal aus mit meinem englischen Podcast zu debaten. Das habe ich dann eben gemacht und fand das wirklich cool. Also da kam, da kam sehr schnell sehr gutes Feedback zurück und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, aber ich habe immer das Problem, dass Feedback von Leuten, die ich kenne oder von Leuten, die Fan von meinem Podcast sind, dieses Feedback ist zwar auch mal konstruktiv, aber es ist immer positiv eingefärbt. Und manches Feedback ist auch einfach nur nett. Also die Leute freuen sich an meinem Format und klopfen mir auf die Schulter und da freue ich mir ein Loch im Bauch drüber. Aber das ist natürlich nicht die Art Feedback, mit der man jetzt sagen kann, oh, da arbeite ich jetzt an einem Aspekt meines Podcasts. Und selbst wenn man danach fragt, wird es immer noch relativ freundlich eingepackt. Und bei dieser Idee, man kauft das als Dienstleistung beim Mechanical Turk und diese Clickworker sind ja auch noch anonym, dann bekommst du dann im Prinzip Feedback, dass, also in meinem Fall, ich habe das ausprobiert und habe mir fünf so Feedbacks machen lassen für eine Episode von To Debate. Und das war super konstruktiv und zwar in Bezug auf die Audioqualität, in Bezug auf Dinge, die wir sagen in dem Podcast. Und da war ich hin und weg und habe mir dann gedacht, okay, das geht doch bestimmt in Deutschland auch. Und das war eben dann dieser Post, den ich dann geschrieben habe, nachdem ich es ausprobiert hatte, dass es eben sehr wohl auch in Deutschland geht und sehr wohl auch sehr interessantes Feedback produzieren kann, weil ich mir gedacht habe, die Idee ist, die Idee ist wirklich eine sehr, sehr coole, wenn du gerade in einer Phase bist, in der du einen Podcast entwickelst und vielleicht auch mal auch etwas unter Umständen schmerzhaftes oder sehr ehrliches Feedback einsammeln möchtest oder vielleicht auch einfach Ideen brauchst von Leuten, die nicht in deiner Filterblase sind, sondern von einer neutraleren Zielgruppe ausgewählt werden. Und so kam das zustande und so dann auch die Umsetzung. Habt ihr das denn mal ausprobiert dann oder wie kam das bei euch an? Wie habt ihr das gefunden, die Idee? Also ich finde sie höchst interessant. Ich bin so für mich so in einer Wes Brot ich esse das Lied. Ich singe Gefahr gefangen, aber ich meine, es ist wahrscheinlich weiter von mir persönlich weg als zum Beispiel der Freundeskreis, der also wahrscheinlich nette Dinge sagen möchte. Und du hast ja auch eine Sache hier zitiert in dem Sendegate-Beitrag, wo es um die längste Hängebrücke der Welt geht. Und der doch ein paar Punkte wirklich konkret anspricht, wo er sagt, das fände ich besser, das hat mir gefehlt und so. Das finde ich wirklich ganz erstaunlich. Für drei Euro ein so, also ich war erstaunt vom Umfang, ein so umfassendes Feedback zu bekommen. Also ich schließe nicht aus, so etwas auch nochmal auszuprobieren. Ja, also das ist auch, du kannst es ja ein bisschen steuern, wie das Feedback aussieht, indem du die Anforderungen ordentlich schreibst. Also ich glaube, ich habe auch das, ich weiß gar nicht mehr, was ich selber geschrieben habe, aber ich glaube, ich habe auch meinen Auftrag mit reingepostet. Oder? Habe ich? Mal gerade selber schauen. So gesehen war das, war das natürlich dann auch, ich war dann auch interessiert an der, an der Antwort auf die Frage, würdest du diesen Podcast weiterempfehlen? Das ist ja auch sowas. Jemand, der von, also ganz, ganz neutral auf diesen Podcast stößt und ihn eben anhört, weil er drei Euro verdienen möchte damit, dann, dann ist das auch nochmal interessant zu hören, hätte ich dich jetzt denn gewonnen als Hörer potenziell? Das fand ich auch sehr spannend, so als, als Gradmesser, ob man im positiven oder eher im negativen Bereich unterwegs ist. Und wie du sagst, die Qualität, die da, die darüber kam, war spektakulär. Also ich meine, jetzt kann man sich, kann man sich die Frage stellen, was passiert, wenn man, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgibt und längeres Feedback erfragt oder so. Also das ist, ich fand halt irgendwie drei Euro ist für, man hört sich irgendwas, in meinem Fall zwischen zwei und zehn Minuten Podcast, an, der ja hoffentlich auch ein bisschen Spaß macht und schreibt ein bisschen Text, ist immer noch ein fairer Preis. Also auch, wenn man das so auf einen Stundenlohn hochrechnet, sind wohl wahrscheinlich bei dem Dienst mal hauptsächlich wohl Studenten, die das machen. Aber man legt ja den Preis auch selber fest, weil das kam dann auch so als eine Anmerkung im Sendegate, dass die Leute gesagt haben, hey, aufpassen, nicht zu, zu ausbeuterisch unterwegs zu sein und die Leute für einen fairen Preis das machen zu lassen, fand ich auch einen wichtigen Aspekt dabei. Aber ja, also diese Neutralität und dann doch die, diese, diese Qualität des Feedbacks fand ich auch wirklich beeindruckend. Und im Englischen war das genauso. Also das war auch von Mechanical Turk, die Feedbacks, die ich da bekommen habe, die waren wow, richtig, richtig nützlich. Also Dinge, mit denen man arbeiten kann. Was ich jetzt gerade nicht, nicht vor Augen habe, ist, wie viele Feedbacks du jetzt bekommen hast insgesamt. Hast du das noch so parat? Ich glaube, ich habe mir, also in dem deutschen Beispiel habe ich mir, glaube ich, drei schicken lassen oder so, irgendwas in der Art. Also jetzt keine riesige Zahl, es war ja für mich einfach mal ein Experiment. Also ich wollte einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert und habe das für mich vorgemerkt, als mache ich dann irgendwann, wenn ich mal systematisch mit meinem Format spiele. Weil im Moment ist der Anerzelt so, wie er ist. Da würde ich, ich glaube eher, ich würde mir Feedback einholen, wenn ich das Format das nächste Mal etwas genauer überarbeite und irgendwie ein Experiment habe, das ich mal testen lassen möchte. Oder wenn ich einen komplett neuen Podcast aufziehe und sagen wir mal nach den ersten drei, vier Folgen wissen möchte, wie die Leute es entgegennehmen und was geändert werden könnte. Ja, so war das jetzt einfach mal so ein Testlauf, wenn du so möchtest. Wie waren denn die anderen beiden Feedbacks, wenn du sagst, es waren drei Stück, eins hattest du gepostet, waren die anderen beiden so inhaltlich vergleichbar vom Umfang? Ja, vergleichbar ähnlich. Also das war sehr okay Feedback. Spannend. Man muss wohl aufpassen, habe ich in dem englischen Artikel, oh sorry. Ja, nur zu. In dem englischen Artikel habe ich gelesen, dass man aufpassen sollte, extra zu erwähnen, dass die Leute nicht zusammenfassen, sondern wirklich Feedback geben, weil das kann passieren, wenn man eben ein bisschen schlampig ist. Bei der Auftragsausschreibung kann ja auch passieren, dass du einfach nur eine Zusammenfassung bekommst, weil das wird wohl öfters angefragt. Also es scheint wohl so ein verbreiteter Auftrag zu sein. So hier ist irgendwie ein Video oder ein Audioschnipsel, schreib mal einen kurzen Text dazu, was da drin vorkommt. Und ich glaube, die Qualität der Feedbacks, die du bekommst, steht und fällt ein bisschen damit, welchen Dienst du benutzt und also wie viele Leute da drin unterwegs sind und wer da drin unterwegs ist und vielleicht sogar noch wichtiger, wie du deinen Auftrag eben formulierst. Ja, ich habe das jetzt gerade nochmal vor mir, weil wir gerade kurz darüber sprachen. Ich lese das mal eben vor. Hören Sie eine der letzten zehn Folgen des Anerzählt-Podcasts, alle zwischen zwei und zehn Minuten lang, auf anerzählt.net und geben Sie mindestens 300 Worte konstruktives Feedback. Inkludieren Sie bitte folgende Aspekte. Audioqualität, zum Beispiel Klarheit, Lautstärke, Klang, Sprechqualität, unangenehme Angewohnheiten, deutliche Aussprache etc., thematisches Feedback zur Aufarbeitung, etwa war die Folge klar strukturiert, ist das Thema gut besprochen. Und würden Sie den Podcast weiterempfehlen, hattest du ja gerade auch schon genannt. Gut, da stellt man natürlich schon eine konkrete Aufgabe, wo ich auch so ein bisschen erstaunt bin über den Umfang für drei Dollar oder drei Euro. Ja gut, der hat zwei Minuten Podcast gehört und dann Feedback geschrieben. Ich muss sagen, wenn der Feedbackgeber da 15 Minuten gebraucht hat, hat er wahrscheinlich lang gebraucht. Und wenn du sagst, drei Euro 15 Minuten, das sind zwölf Euro die Stunde, finde ich irgendwie für so eine Art von Arbeit auch einen fairen Stundenlohn. Also könnte man sicherlich auch darüber streiten, ob nicht mehr oder weniger, aber ich finde zwölf Euro jetzt auch nicht schlecht dafür, dass das wahrscheinlich ein Student in dem Fall ist, der sich freut, dass er sowas von zu Hause aus machen kann. Und ja, also da hatte ich jetzt kein Problem mit dem Preistag. Aber deswegen habe ich es erwähnt, das kam als Diskussion auf und kann man sicherlich auch nach oben korrigieren. Also da kann auch jeder sich selber prüfen, was denn ein angemessener Preis für sowas ist. Ja gut, in diesem Falle hattest du ja auch wirklich einen echten Anhaltspunkt dazu, wie lange gebraucht haben kann maximal, weil diese Antwort, die du da postest, 20 Minuten nach dem Auftrag kam. Also bis der alles beisammen hatte und so weiter, ging natürlich noch ein bisschen Zeit rum und das eigentliche Feedback zu verfassen hat dann wahrscheinlich weniger gedauert. Also ja, für mich klingt drei Euro so absurd niedrig. Aber natürlich, wenn man das dann auf die Stunde hochrechnet und so, ja, das klingt jetzt nicht total verkehrt, aber. Ich würde auch für so ein Feedback fünf Euro bezahlen, ehrlich gesagt mal. Ja, es wirkt sehr klein. Ja, also ich glaube, die Qualität, die da rüberkam, war beeindruckend und man kann mit den Parametern sicherlich ein bisschen spielen, aber ja, ich habe da drei Feedback bekommen, ich habe sozusagen zehn Euro ausgegeben und wahrscheinlich war das halt irgendwas zwischen 40 und 50 Minuten Gesamtzeit, die die Leute da verbracht haben. Die haben alle eher kürzere Episoden genommen, also to be fair, also keiner von denen hat eine 10-Minuten-Folge oder eine 12-Minuten-Folge sich vorgenommen. Aber sie haben alle geschrieben, sie wären jetzt Abonnenten, von daher werden die wahrscheinlich jetzt völlig umsonst freiwillig noch mehr von Anna Zelt. Also du kriegst kein Feedback mehr? Ja, wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht gelegentlich dann doch irgendwann mal schauen. Also ich hatte das Problem gedanklich, dass ja überhaupt nicht Menschen deiner Zielgruppe sein können, weil sie ja quasi kalt akquiriert werden, sozusagen. Und wie sollen die eine Aussage treffen, wenn sie dich, dein Angebot, nicht schon auch eine Weile begleitet haben? Aber ich verstehe dich jetzt so, dass du es tatsächlich genau so haben wolltest, denn wenn jetzt jemand neu in dein Angebot hineinkommt, dann ist er ja genau in dieser Situation. Der weiß ja gar nichts von der Entwicklung oder vom Dirk Prims als Persönlichkeit oder so, sondern der bekommt nur das Audio und das ist im Prinzip der Türöffner oder eben auch der Türzuhalter. Und insofern hast du genau diese Frage beantwortet haben wollen. So habe ich dich jetzt verstanden. Ja, da gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist, mein Projekt ist ja genau auf sowas ausgerichtet. Also eine der Dinge, die ich ja versuche mit dem Anerzähler zu sein, ist eine Einstiegsdroge für Leute, die noch nicht im Podcast, noch nicht regelmäßig Podcasts hören. Und da war eben auch die Idee, dass einfach der Anerzähler ja sehr breit ist thematisch und damit vielleicht wahrscheinlicher ist, dass jemand auch mal rein stolpert und dann der Podcast selber ja eher so einen Snack-Charakter hat und hoffentlich auch hochwertig genug produziert ist, dass auch jemand mit Radio-Hörgewohnheiten den ganz gut erstmal konsumieren kann. Und so gesehen passt natürlich so eine Zufalls-Zielgruppe dann da 1a drauf. Das andere ist, du kannst bei diesen Clickwork-Diensten, je nachdem welchen du nimmst, zum Teil auch angeben, welche Art von Anforderungen deine Clickworker erfüllen müssen. Du kannst schon so ein paar Kriterien definieren im Auftrag, beim Anlegen. Du kannst sagen, du möchtest eine bestimmte Altersklasse oder bestimmte Hintergründe. Und dann wird das eben damit auf den Marktplatz geworfen und wenn du das zu eng definiert hast, dann nimmt das halt keiner. Dann musst du es halt nochmal umschreiben. Aber da kannst du dann schon unter Umständen steuernd eingreifen. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin Botaniker und mache einen Botaniker-Podcast und will deswegen Feedback von Botanikern bekommen, dann wird es wahrscheinlich irgendwie schwierig über so einen Dienst. Genau, genau. In Chat ist die Daniela dazu gestoßen und Daniela fragte gerade, ist das der Dirk, der auch die tolle Diskussion über die Nazi-Podcasts oder so ähnlich im Sendegate angestoßen hat? Das war ein tolles Thema. Das bist du doch. Und warum hast du das angestoßen? Können wir vielleicht in dem Moment auch noch eben klären. Ja, das bin ich. Weil ich, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, die Ecken unserer Podcast-Szene gerne ausleuchten möchte und mich eine ganze Weile damit beschäftigt habe, nach dem Podcast-Underground zu suchen. Der Gedanke ist dabei eben auch der, es gibt praktisch für jedes Medium gibt es auch einen Untergrund. Also es gibt Untergrund-Comics, Untergrund-Romane, es gibt Piraten-Radiosender, es gibt eine Independent-Filmszene und ich habe mich gefragt, wo sind eigentlich diese Untergrund-Podcasts? Und Untergrund-Medien haben ja immer so die Eigenart, dass sie eigentlich subversiv unterwegs sind. Das heißt, die verstoßen ja gegen irgendwelche Regeln, sonst müssten sie ja nicht in den Untergrund. Und Nazi-Podcasts war dann mein Beispiel, wo ich gesagt habe, wo sind die eigentlich? Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass da draußen keine Nazis auf die Idee kommen, einen Podcast zu produzieren. Und wo würden denn die ihre Medien verteilen? Weil einfach mal auf iTunes registrieren und mal gucken, was dann an Rücklauf kommt, wird ja vermutlich der falsche Weg sein. Und das war dieser Einstieg, den es da eben auch im Sendegate dann nachzulesen gab, dass ich auf der Suche nach sowas war. Ich habe eine ganze Menge an Podcasts gefunden. Allerdings jetzt deutsche Nazi-Podcasts sind mir keine begegnet, was mir zum Teil nahegelegt wurde. Es gibt wohl YouTuber, die schon wirklich relativ rechts unterwegs sind. Und im Amerikanischen gibt es wirklich entsprechende Formate, weil dort ist das auch nicht so kontrovers. Was mir im Prinzip einfach mal sagt, wahrscheinlich gibt es diese Nazi-Podcasts, aber die werden eben nicht so offen weitergereicht, sondern es gibt halt irgendeine Art von Untergrundverteilung. Ich muss auch zugeben, ich suche jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus, gerade Nazi-Materialien, weil da schwillt mir dann irgendwann, da kam sowieso zu sehr. Es stand für mich eher symbolisch für, wo es eben diesen Podcast-Untergrund gibt. So ein paar Sachen habe ich gefunden. Also ich habe Podcasts gefunden, die zum Teil versuchen, übers Tornetzwerk vertrieben zu werden. Es gibt Podcasts, die aus Kriegsgebieten senden. Es gibt politische Podcasts, die die bestehende Regierungsformen anzweifeln und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, aber ich bin noch nicht so wirklich befriedigt, weil ich vermute, es muss irgendwo mehr geben, als ich jetzt bisher gefunden habe. Ja, wahrscheinlich wirst du dann auch, gerade wenn sie im Untergrund sind und auch bleiben wollen, keine Antwort in einem öffentlichen Forum. Sendegeld ist ja kein Forum, aber das wissen wir ja, bekommen, sondern wenn vielleicht dann auf einer Podcaster-Konferenz ganz verborgen einmal zugesteckt mit der Bitte, das niemals weiter zu sagen oder so. Würde ich mir eher vorstellen. Ich glaube ja, kollektiv kennen wir vielleicht so Ausläufer von diesen Szenen. Also ein Beispiel, was ich eben gerade gebracht habe. Im US-Amerikanischen findest du Nazi-Podcasts. Einfach weil es in den USA, weil in den USA Freedom of Speech ein extrem hoch gehandeltes Gut ist und das leider in den USA auch bis in den Punkt reingeht, dass man wirklich menschenverachtende Sachen sagen darf und eben Leute das auch zum Teil tun. Und entsprechend ist es dort auch kein Thema für einen Underground-Podcast. Ja, weil das ist halt dort, es ist jetzt nicht Mainstream, es ist keine Massenmeinung, aber es ist völlig legitim, so ein Format zu produzieren und das kannst du natürlich dann ganz normal dort auch ins Netz stellen und überhaupt. Und somit könnte ich ja schon mal, sagen wir mal, auf solche Podcasts, die solche Kriterien erfüllen, deuten, die sichtbar sind, weil sie einfach in einem anderen Umfeld nicht so Underground-worthy sind. Und umgekehrt funktioniert es genauso. Also ich denke mir mal, es gibt wahrscheinlich Themen, die sind halt einfach tabuisiert zu einem Grad und diese Tabus, die sind in jeder Gesellschaft anders. Und das war das, was ich dann eben gefunden habe. Also es gibt zum Beispiel Schwulen-Podcasts, die im Mittleren Osten versendet werden. Bei uns ist das kein Underground, in den USA ist das kein Underground, im Mittleren Osten sehr wohl. Und das fand ich als Spektrum, als Teil, als Facette unserer Podcast-Blase, fand ich das einfach super spannend und habe da auch immer noch ein Auge drauf. Aber in den letzten drei Monaten ungefähr, also der Zeit, in der ich dann auch irgendwann mal kurz pausieren musste in Sachen täglicher Anerzählt, was immerhin in zwei Jahren nicht vorkam, aber dann irgendwann mal notwendig war, habe ich jetzt auch in den letzten drei Monaten nicht so wirklich viel recherchiert in dem Umfeld. Aber es war der Einstieg für das Panel vom Podcast-Movement, und die Recherche in dem Umfeld tatsächlich. Ah, spielst du alles mit rein? Nein, verstehe. Ja, gut. Also ich bin durch mit meinen Fragen. Haben wir noch irgendein Thema jetzt, was speziell, sagen wir mal, Podcast-Movement angeht, vergessen anzusprechen? Hast du von dir aus noch irgendeine Beobachtung oder einen Eindruck oder ein Fazit, mit dem du diese Veranstaltung beendest, quasi in deinem Jahreskalender? Also Podcast-Movement war definitiv ein Highlight in meinem Jahreskalender, einfach weil es mein persönliches Netzwerk erweitert hat, ich viel gelernt habe und Spaß hatte. Also es war wie eine Woche Urlaub im Podcast-Land. Ich meine, das ist natürlich in L.A. auch wirklich auch noch das richtige Wetter und die richtige Umgebung, um sich da auch so ein bisschen urlaubig zu fühlen. Und so gesehen kann ich das auch nur jedem empfehlen. Meine persönliche nächste Mission ist, es muss doch solche Sachen wie Podstock oder Sendegate, Subscribe oder eben meinetwegen auch Podcast-Movement auch im europäischen Nachbarausland geben. Also ich habe jetzt mal so für mich den Ehrgeiz gefasst. Ich möchte mal gucken, ob nicht irgendwo in der Umgebung auch solche Veranstaltungen sind, die mal davon profitieren könnten, dass wir uns gegenseitig besuchen kommen. Und da habe ich jetzt so ein paar erste Schritte hin auch unternommen. Also ich habe ja erzählt, ich habe ein Projekt abgeschlossen und das war eine Großkonferenz in dem Fall in Krakau. Und was wir auf dieser Konferenz gemacht haben, ist, ich habe dort ein Podcast-Studio betrieben. Wir hatten dort die Möglichkeit eben, wenn jemand, also ich arbeite ja für Google und es war eine Google-Konferenz mit zweieinhalbtausend Entwicklern, die dort vor Ort waren und es gab eben dort professionelle Senderäumlichkeiten, die wir nutzen konnten. Und was wir gemacht haben, war im Vorfeld dann Podcaster anzuschreiben und einzuladen und denen anzubieten, ihnen Googler zu vermitteln als Interviewpartner. Und wir haben dann dort eben Podcasts produziert. Und das war super spannend, weil da habe ich dann zum Beispiel mit italienischen Podcastern am Tisch gesessen und mich unterhalten und hinterher auch wieder Kärtchen getauscht, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr über die italienische Podcast-Szene lernen und ihr seid jetzt offiziell in meine persönliche Liste von Leuten, die ich da erstmal nicht mehr in Ruhe lassen werde, aufgenommen worden. Und das ist so für mich die logische Fortsetzung von dem, was ich im Podcast-Movement erlebt habe, ist, dass ich auf die Suche nach unserer Art von Szene in anderen Ländern gehe. Einfach weil ich da vielleicht auch ein paar Zugänge habe, die nicht selbstverständlich sind und die ich gerne benutzen möchte. Verstehe, verstehe. Da war mir irgendwas aufgefallen in den Niederlanden und ich glaube, Lars, du hattest gesagt, du wolltest das irgendwie im Auge behalten, weil du ja des Niederländischen mächtig bist zu lesen. Gibt es da irgendwas Neues? Weißt du das gerade aus dem Stand? Ja, so aus dem Stand habe ich nur so Fragmente. Diese Veranstaltung, die dieses Jahr stattfinden sollte, wo mal dieses Google Form für kam, von der habe ich gar nichts mehr weiter gehört. Die haben aber zwischendurch nochmal eine neue Webseite aufgebaut. Ja, und das sind aber so die Sachen, die ich noch wahrgenommen habe. So aus dem, diese Mails und dieses Formular aus der Ecke kam irgendwie so, zumindest bei mir nichts mehr an. Nee, bei mir auch nicht. Still geworden, ja. Hast du die Webseite noch irgendwie parat gerade oder? Ich meine, dass das podcastlösteren.nl war. Ja, aber ja, die habe ich irgendwie auch wahrgenommen. Wenn es richtig ist, schicke ich das mal eben direkt in den, genau, im Chat ist da jetzt, also podcastlösteren.nl schreibt sich Podcast, wie wir es kennen und dann Luisteren, also L-U-I. Aber das ist eben eine Sache, die wirklich ganz konkret steht auf der Homepage auch drauf. Der beste niederlandstalige Podcast, also die besten niederländischsprachigen Podcast. Da geht's drum. Ja, aber ich meine, die sprechen ja zum Teil auch ein ganz passables Englisch dort und da könnte man ja sicherlich auch mal einfach Spaß haben, indem man da mal vorbeikommt. Muss ja nicht unbedingt jedem Vertrag dann folgen. Genau, also diese Veranstaltung hatten Martin und ich deswegen auch so ein bisschen im Auge gehabt. Hatten da so einen ganz vagen, ganz vagen Kontakt. Aber die neue Homepage enthält also auch keinerlei Verweise mehr darauf. Also bei der anderen war irgendwo in so einem Untermenü oder so, irgendwo war so ein Link noch versteckt und das ist alles verschwunden mit der neuen Homepage. Achso, weil jetzt sehe ich auch wirklich nur eine Liste der besten niederländischen Podcasts, aber jetzt auf so einen Event-Hinweis finde ich jetzt auch gerade nichts. Okay, gut. Ja, dann gibt's in UK gibt's auch noch so einen European Podcast Day, der allerdings relativ uneuropäisch ist, also sehr UK-lastig. Wie hieß denn der? European Podcast Day hieß der vielleicht sogar so? Radio Days, nee, das war nicht das. Ich muss nochmal suchen. Da war da vielleicht auch an dieser Stelle, wir haben mal so ein Wiki angefangen im August, also das hat, Noah Histers hat das initiiert, wo wir versucht haben Veranstaltungen zu sammeln, die interessant wären, um dort entweder teilzunehmen oder als Besucher dabei zu sein und die eben nicht reinrassige oder gerne auch, aber eben nicht nur reinrassige Podcast-Veranstaltungen wären. Und da fand ich dann die Liste, die rauskam, irgendwie relativ dünn. Also ich selber muss nochmal recherchieren, ich habe schon mehr Veranstaltungen als das, was wir jetzt da in der Liste zusammengetragen in der Vergangenheit gesehen und das waren jetzt überwiegend zwar deutsche Veranstaltungen da drin, aber ich denke mir mal, wenn jetzt hier jemand das hört und sich denkt, oh ja, da gibt es Konferenzen, in denen wäre es mal cool, wenn es einen Podcast-Beitrag gäbe oder die wären Themenverwandt oder da sollte es eigentlich einen Track zu Podcasting geben, warum gibt es den da nicht? Dann gibt es im Sendegate ein Wiki, Veranstaltungen für, von und mit Podcasterinnen, ich werfe den Link auch mal in den Chat, der sich über Beiträge freut. Es gibt noch einen anderen Beitrag, der heißt Recherche Podcast-Vernetzung in europäischen Nachbarländern. Der ist jetzt auch zum Thema vielleicht ganz interessant, da sind auch nochmal einige aufgeführt. Genau, die MP3 Paris wird da jetzt zum Beispiel genannt. Ja, also eben, weil ja Martin vorhin gefragt hat nach so einem Fazit und wie geht das weiter, für mich war das eben so ein Auftakt und ich habe Blut geleckt. Also ich habe schon Spaß in unserer Podcast-Szene, aber ich glaube, wenn man die Blase ein bisschen ausdehnen kann und Brücken bauen kann und vielleicht auch hin und wieder mal jemand zu uns locken kann, macht das alles noch viel mehr Spaß. Das würde ich genauso sehen, auf jeden Fall. Ja, dann bringen wir diese Gartenbank-Diskussion zu ihrem Ende, aber nicht ohne noch die Becky zu zitieren, die hat nämlich gerade in den Chat reingeschrieben, so viele spannende Diskussionen, die nie stattgefunden hätten. Was würden wir nur ohne Dirk im Sende-Gate machen? Ist das nicht ein Kompliment? Das ist ja, ich werde hier rot. Es gibt so viele andere spannende Diskussionen, die da auch stattfinden. Aber gerne, ich trage gerne bei. Super. Ganz herzlichen Dank für deine Schilderungen. Du kennst ja das Prinzip, wir nehmen jetzt den Fokus von dir, beziehungsweise in dem Fall von deinem Thema weg. Gehen noch durch Squarebeet, da sind noch ein paar andere Themen. Bleibt bitte einfach bei uns und gib einfach deinen Senf dazu, wenn dir irgendetwas noch auffällt. Also sprich einfach weiterhin mit uns. Nur wir gucken jetzt ein bisschen von dem Thema, was wir gerade hatten, weg und kommen damit ins Squarebeet. Wir sprachen gerade über Professionalisierung, wo natürlich auch Geld im Spiel ist. Aber wenn man sich nicht professionalisiert, wird man vielleicht trotzdem Geld einnehmen. Und über Geld einnehmen wird ja viel nachgedacht. Flatter war mal eine ganz große Idee, die ist aber irgendwie auf dem absteigenden Ast. Es gibt wieder was Neues und zwar LibraPay. Sebastian, was ist das? Ja, das ist eine Non-Profit-Organisation aus Frankreich oder wurde in Frankreich gegründet, aber ist auf jeden Fall mehrsprachig. Also die Webseite führt alleine schon bestimmt gefühlt so 20 Sprachen, die zwar noch nicht alle komplett übersetzt sind, aber es ist durchaus sehr, ja, durch das SEPA-Verfahren relativ europäisch zentriert, aber das muss es ja nicht sein. Also ja, es ist halt für wiederkehrende Spenden ausgelegt und der Reiz an dieser Plattform ist durchaus darin zu sehen, dass hier keine, also bis auf die Transaktionskosten, keine weiteren Kosten entstehen. Das heißt also, es wird keine pauschale Gebühr verlangt, es werden auch keine 19 Prozent Umsatzsteuer oder sowas abgezogen, weil es wirklich eine reine Zahlungsdienstleistung ist und nichts weiter. Und die Non-Profit-Organisation selber finanziert sich auch über diese Spendenwebseite und das Ganze wird über den Zahlungsdienstleister MangoPay abgewickelt im Hintergrund und ja, da sind dann Kreditkartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften möglich. Bei Kreditkarte kostet es irgendwie 2,1 Prozent plus 21 Cent Gebühr, also das Übliche, wenn man irgendwo Zahlungsdienstleister beauftragt und irgendwie 0,58 Prozent einer Überweisung sind halt als Gebühr fällig und 94 Cent für eine Lastschrift. Also im Prinzip sehr human. Das heißt also, wenn man jetzt selber kein Bankkonto rausgeben möchte oder anlegen möchte, dann ist das vielleicht eine Alternative. Das ist jetzt für Mikrospenden nicht wirklich gut geeignet. Es ist halt wirklich sehr stark auf wiederkehrende Zahlungen angelegt. Man hatte aber auch genauso, wie man das bei Flatter damals hatte oder hat einen die Möglichkeit halt Geld hinzuüberweisen, also einen größeren Betrag und den halt ja beliebig auf die Projekte zu verteilen, auch in kleineren Raten. Da kann man also zwischen wöchentlich, monatlich und jährlich auswählen und auch den Betrag bestimmen. Und ja, wenn kein Guthaben quasi mehr auf dem persönlichen Konto ist, dann wird auch erstmal nichts weiter verteilt. Also da ist auch so auch kein Abo-Modell oder so dahinter, wovor man Angst haben müsste. Ja, Auszahlungen sind kostenfrei, sofern es halt im SEPA-Verfahren stattfindet, das heißt also innerhalb von Europa. Und ja, was dann auch noch sehr interessant ist vielleicht für Podcaster und Podcasterinnen ist die Teamfunktion. Da kann man also quasi seinen Podcast anlegen und alle Mitglieder des Podcasts, die können sich dort quasi zuordnen und dann automatisch, ja, werden die Spenden verteilt. Das kann man auch, glaube ich, relativ gut aufschlüsseln, also auch sagen, wie viel da so der Maximalbetrag ist, den sich dann jeder da vielleicht rausnehmen kann und das dann entsprechend den eigenen Vorstellungen, ja, aufsplitten, sodass man da jetzt nicht irgendwie noch großartig selber irgendwie hin und her Geld überweisen müsste. Ja, ich finde das im Prinzip eine nette Sache. Das ganze Projekt ist auch open source, das heißt, die ganze Webseite, daran kann man auch mitarbeiten und Verbesserungen durchführen. Das ist vielleicht, ja, von der Usability, da kann man bestimmt noch ein bisschen dran drehen, aber es ist jetzt auch nicht super schlecht. Und ja, ich habe damit schon ein bisschen was gemacht und es sah jetzt eigentlich alles ganz gut aus. Also ich habe jetzt keine Bugs gefunden. Also insofern funktioniert das Projekt anscheinend schon ganz gut. Ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht schon von Anbietern weißt, aus unserer Community, die das möglicherweise nutzen. Ja, zum Beispiel Binärgewitter, der Podcast benutzt ist, glaube ich. Da können wir gerade suchen, der müsste da gelistet sein. Die Suche ist also etwas, was wirklich ein bisschen verbesserungswürdig ist. Genau, die haben sich zum Beispiel, wenn ich das gerade richtig sehe, auch als Team soweit eingetragen. Da sind zumindest als Mitglieder der Ingo und Co. aufgeführt. Becci schreibt noch, Christopher hat das Gras für Countdown eingerichtet. Und sie meint, das ist so ein schöner Schreibfehler, hat das Grat für Countdown eingerichtet, soll das wohl heißen. Die ersten Patreons wechseln darauf und es scheint erstmal alles super zu laufen. Danke Becci, das ist ja auch ein toller Hinweis. Genau, also ich denke auch, man kann auch seine ganzen Social Media Accounts damit verlinken. Es dient wahrscheinlich auch dann der Auffindbarkeit. Ja, denke ich mal, also wer noch nach einer Spendenplattform sucht, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Ich denke, das ist eigentlich so eine Spendenplattform, wie man sie sich eigentlich wünschen würde. Ja, dann drücken wir dem Ganzen mal die Daumen. Vielleicht wird das ja ein würdiger Flatternachfolger oder sowas in der Art. Ich glaube, Tim hatte auf Twitter das letztens auch getwittert. Und er sucht auch noch den Haken an dem Projekt. Hat bisher anscheinend noch keinen gefunden. Richtig, also inzwischen habe ich auch, ich denke auch wieder einer und noch einer und noch einer. Und jetzt springen da alle auf so einen entstehenden Markt irgendwie. In dem Moment, wo die Angebote größer werden, also die Zahl der Angebote größer werden und der Gedanke an Mikrospenden oder an Spenden, in dem Fall hast du ja gerade gesagt, keine Mikrospenden, die irgendwie verwaltet werden wollen. Ja, da werden wohl in nächster Zeit noch ein paar auftopfen, vermute ich mal. Und dann wird sich langsam wieder so eine, da trennt sich der Spreu vom Weizenbewegung einsetzen, vermutlich. Und dann sollte man auf das richtige Pferdchen gesetzt haben. Ja, also in diesem Fall ist das so laut den FAQs halt wirklich eine Non-Profit-Organisation, die in Frankreich registriert ist. Das heißt also, da in den rechtlichen Bedingungen steht wohl auch irgendwie garantiert, dass das Geld selbst bei Zahlungsunfähigkeit irgendwie garantiert ist, dass es verteilt wird. Keine Ahnung, wie das jetzt rechtlich dort abgesichert ist, aber da steht auch so eine Identifikationsnummer. Da bin ich jetzt in den französischen Gesetzen nicht so firm, was da möglich ist und was dieser Status der Non-Profit-Organisation bedeutet. Aber es macht augenscheinlich erstmal einen sehr guten Eindruck. Becci schreibt noch, dass es wohl den Nachteil gibt, dass man die Spender nicht mehr zuordnen kann. Also man kann denen keine Privats irgendwie zukommen lassen und keine Extra-Feeds zum Beispiel. Genau, es gibt kein Belohnungssystem. Das ist aus rechtlichen Gründen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so, weil sie halt wirklich nur ein Zahlungsexchange sind. Und sobald du halt wieder Dienstleistungen ins Spiel bringst, dann ist halt wieder Mehrwertsteuer und Co. angesagt. Und deswegen ist das wirklich eine reine Zahlungsgeschichte. Okay, ja, Libera Pay. Okay, Dankeschön, Sebastian. Ich kann berichten, ihr hört ja zu uns hier und meine Stimme klingt verschnupft und die Stimme von Lars klingt auch verschnupft. Das ist nicht das Einzige, was uns beide verbindet, sondern wir waren auch letztes Wochenende in München, ach Quatsch, in München, wir sind durch München gereist, um nach Innsbruck zu kommen, so, meine Güte. Denn da hat das Ganze 2017 stattgefunden, das Treffen der Wissenschaftswissen und Wissenschaftspodcasterinnen. Da hat uns die Melanie Bartos nach Innsbruck an die Universität eingeladen. Das Ganze ging am Freitagabend los mit einem informellen, gemütlichen Zusammensein und hat dann konkret angefangen am Samstag mit Vorträgen am Vormittag. Am Nachmittag war eine Barcamp-Veranstaltung. Also wir haben uns in mehreren Workshops gefunden und unterschiedliche Dinge besprochen. Am Samstagabend waren wir dann nochmal gemütlich unterwegs, um dann am Sonntagmorgen die abschließenden Vorträge zu hören und mit einer Feedbackrunde so am 15 Uhr oder so am Sonntagnachmittag dann zu enden. Ja, das wollte ich nur ganz kurz berichten. Es waren ungefähr knapp 20 Leute, die da teilgenommen haben. Durch Krankheit bedingt mussten ein paar Teilnehmer kurzfristig absagen. Es hätten auch durchaus 25 sein können, aber da hat der Schnupfen wohl auch zugeschlagen. Lars, habe ich alles gesagt oder habe ich was vergessen? Für den schnellen Überblick fand ich das gut. Dankeschön. Und von der einen Veranstaltung zur anderen den Bogen geschlagen nochmal kurz erwähnt. Die Subscribe9 steht vor der Tür Ende Oktober und was besonders wichtig ist, im Sendegate hat angefangen eine Workshop-Planung stattzufinden. Ne, hat angefangen stattzufinden. Hat angefangen jedenfalls, wie das in den letzten Jahren auch gewesen ist. Gibt es ein Threat, den kann man wie ein Wiki bearbeiten und soll dann bitte einfach eintragen, welchen Workshop man vielleicht selber ins Leben rufen möchte. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man über etwas, sagen wir mal als Experte oder Expertin berichten muss, sondern man kann auch einfach sagen, da ist ein Thema, das beschäftigt mich und ich würde das gerne mit anderen diskutieren und ich biete einfach in dem Moment an, dass ich diese Diskussion darüber moderiere. Das ist aber nicht nur dieser Eintrag interessant für diejenigen, die tatsächlich mit dem Gedankenspielen etwas anzubieten oder eine Moderation zu machen, sondern auch schon für die Zuordnung. Also wer sich zu einem dieser Workshops als Mitsprecher oder Zuhörerin oder sowas dazugesellen möchte, also für den das interessant ist, der soll das bitte schon auch eintragen, denn das sind auch schon wichtige Planungsgrundlagen für Claudia und Ralf und Tim und wer immer da in der Orga steckt, um dann eben abzuschätzen, wie groß ist der Bedarf, wie groß ist der Zuspruch, zum Beispiel welchen Raum kann man dann dieser Gruppe zuordnen. Das wird zwar dann auch alles vor Ort nochmal geschärft, aber es ist für die einfacher, wenn sie mit so einer kleinen Vorinformation in die Planung hineingehen. Also da kann man auch einfach nochmal auf Subscribe9 beim Sendegate gucken und vielleicht schon mal den ein oder anderen Eintrag machen. Dann habe ich noch mitgebracht ein kleines Update. Wir hatten vorletztem Mal oder vorletztem Mal von der Podcast-Studie von der A, S und S gesprochen. Da war angekündigt, dass die Studie selber, die Ergebnisse der Studie selber angeboten werden. Auf dem Formular, wo das stand, also der Download-Button, der Download-Knopf, der Link, war allerdings funktionslos. Das ging nicht und man konnte sich das wohl nur runterladen, indem man dort seine Adresse hinterlegt hat. Das haben inzwischen einige getan, zum Beispiel die Nele Heise, die das Ganze kommentiert mit Kernaussage, zukünftige Podcast-Hörerinnen sind lecker für Werber. Wer die Ergebnisse dieser Studie herankommen möchte, braucht aber jetzt tatsächlich nicht, seine Daten irgendwo herzugeben, sondern es gibt einen Mit-Podcaster, der hat das gemacht und das herausgekommene PDF-Dokument im Sende-Gate verlinkt. Also da kann man auch einmal unter Podcast-Studie oder A, S und S halt nachschauen. Ist es weg? Ich hatte vorhin... Achso, genau, hier. Der Ralf Stockmann hat dann nochmal so vier Zitate da herausgesucht. Er hat herausgesucht, audioaktive Trendsetter, anspruchsvolle Querdenker, erfolgsorientierte Influencer und eifrige Traditionalisten. Also richtig schöne, krasse Buzzwords, mit denen dort gearbeitet wird. Kann man jetzt davon halten, was man möchte. Klingt nach klassischer Marketing-Segmentierung, ehrlich gesagt. Machst halt so Häufchen und dann versuchst du denen irgendwie sinnvolle Namen zu geben, dass man sich die merken kann. Ich kann mir die echt nicht merken. Anspruchsvolle Querdenker, es geht gerade noch, aber erfolgsorientierte Influencer. Meine Güte. Da kannst du halt dann ablesen, was für Achsen sie hatten. Also die haben halt, die haben halt sich diese Daten angeguckt und meinten dann Häufchen zu erkennen und die Häufchen an, die Achsen, an denen sie diese Häufchen erkannt haben, die kannst du an den Bezeichnungen ablesen im Endeffekt. Ah, okay. So läuft der Hase da. Mhm, verstehe. Ja, der G. Netzer hat das auch noch mal kurz kommentiert, irgendwie so sinngemäß. Ach, wie furchtbar. Also irgendwie so was, so richtig gut kommt dann wohl diese Studie nicht mehr weg. Aber es war nicht anders zu erwarten. Ja, so verlinkt wurde ja auch nicht die Studie selbst, sondern halt nur eine Präsentation, ja, also die Präsentation, die auf dieser Veranstaltung gehalten worden ist. Und da ist halt wirklich nur so eine Summary und also nicht die reinen Rohdaten dieser Studie selbst. Sind zwar immer als Quelle so unten an der Folie immer mit drangetackert zum Teil, aber halt nicht so, wie man das sich wünschen würde, vielleicht, dass die ganze Studie da wäre und man könnte aus den Rohdaten halt selber versuchen zu orakeln. Ja. Dann können wir da unseren Kaffeesatz lesen. Sehr schön. Okay, das also zu dieser Studie. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Ich bin selber Pocketcast-Benutzer und benutze auch den Pocketcast-Webplayer und der ist in dieser Woche in Version 2.0. Erschien zumindest in einer Beta, in einem Beta-Status. Da sind als neue Feature angegeben das Erstellen einer Next-Up-Liste für das unterbrechungsfreie Anhören mehrerer Podcasts. Man kann zwischen einem hellen und einem dunklen Theme wählen. Statt eines Tabs gibt es für den Mac eine Companion-App. Läuft also getrennt vom Browser. Das ist wichtig für alle Apple-Freunde. Man kann nun nach Episoden eines Podcasts suchen, Titel und Shownotes. Eine neue Sortieroption für Episoden. Sie können nun nach verbliebener Zeit angezeigt werden. Zuhörstatistiken werden nun auch von der Web-App erfasst und mit den mobilen Versionen synchronisiert. Episoden können auch gehört werden, wenn man den Podcast nicht abonniert hat. Und neue und verbesserte Entdecker entdecken Funktionen mit kuratierten Listen. Und damit zitiere ich Sascha Ostermeyer, der das am 25. September in Kaschis Blog so dargestellt hat. Inzwischen gibt es aber auch einen Sendegate-Eintrag, wo Max Snyder über die Eigenschaften vom neuen Pocketcast Webplayer 2.0 berichtet. Also da tut sich was. Gleichzeitig haben die aber anscheinend in den letzten Tagen mit ihrem Server Probleme. Also der Dienstleister, der ihnen da irgendeinen Webspace oder was immer da zur Verfügung stellt, der scheint wohl nicht so richtig klar zu kommen mit seiner Technik. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die gerade dabei, notfallmäßig umzuziehen. Also wenn Pocketcasts in den nächsten Tagen jetzt mal nicht ganz so geschmeidig läuft, wie wir das eigentlich gewohnt sind, dann liegt das daran, dass die da selber gerade mit technischen Schwierigkeiten kämpfen. Aber ich denke, das kriegen die in gewohnter Weise auch bald wieder auf die Reihe. Gut, damit bin ich im Querbeet durch. Habe ich noch was übersehen, meine Herren? Habt ihr noch was spontan? Becci hatte gerade noch mal bei Twitter etwas an den Sendegarten geschickt, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, ohne große Information, ob das als eine seltsame Art von Setzling ist oder ob das hier für Squarebeet was wäre, nämlich dass ein Blog eine Art Podcast per WhatsApp verteilt. Sollen wir das hier eben machen oder? Ja, passt doch gut. Ja, es geht also um Mad Manic Sunday von Bianca Jankowska und Sofia Hembeck und auf der Webseite liest sich das so. Podcasts sind das neue Listicle oder so ähnlich, wenn man sich einmal in seinen Feeds umsieht. Jeder Content Creator, Journalistin oder und Autorin scheint plötzlich das Bedürfnis zu haben, seine intimsten Gedanken mit der ganzen Welt teilen zu müssen. Verstehen wir vollkommen. Und weil wir, Bianca Jankowska und Sofia Hembeck aus unserer Perspektive noch nicht genügend Space in der Radio- und Podcastwelt eingenommen haben, gibt es jetzt jeden Sonntag 15 Minuten Oh Gott, du glaubst nicht, was ich dir sagen muss aus einer ganz persönlichen Perspektive. Und das kann man eben, ja, wie soll man es nennen, abonnieren, indem man per WhatsApp eine Nachricht an die schickt mit Ich will, glaube ich. Und dann soll man automatisch sonntags eine WhatsApp-Nachricht mit einer Sprachbotschaft bekommen. Oh, ein neuer Verbreitungsweg. Wie witzig. Entschuldigung, ich musste eben meine Nase putzen. Damit sind wir dann aber durch, ne, mit dem Querbeet. Ja, was. Schön, per WhatsApp. Naja, wer es benutzen möchte, kommen wir also zum Blühkalender. Ja, ja, mir läuft die Nase fort, das stimmt, das habt ihr richtig gut beobachtet im Chat. Aber was nicht fortläuft, sind die Kalenderdaten, denn die hat der Sasticle eingefangen, der Lars. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme und meine Nase so lange mitspielen. Es geht wieder um die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Übermorgen, das ist der 30. September, da ist der International Podcast Day, der wurde heute auch schon mal genannt. Der möchte das Podcasting stärken und bekannter machen und wie das gehen soll und wie Beteiligung möglich ist, das kann man unter internationalpodcastday.com erfahren. Am 6. Oktober gibt es wieder den Potrohr-Stammtisch, Veranstaltungsort ist das Unperfekthaus in Essen, Beginn ist um 19 Uhr. Am gleichen Tag, also auch am 6. Oktober, gibt es das Podcast-Meetup München, Beginn ist um 19.30 Uhr, der Ort wird noch kurzfristig bekannt gegeben. Das Subscribe startet am 27. Oktober, aber einen Abend vorher veranstaltet das Podcast-Meetup München ein Pre-Subscribe-Meetup. Der genaue Ort wird Anfang Oktober bekannt gegeben, aber die Zeiten stehen schon fest. Das Treffen findet also statt am 6. Oktober von 19 bis 23 Uhr. Die Veranstalter bitten bei Interesse um eine kurze Rückmeldung, zum Beispiel per Twitter an den Account Podcast-MUC. Dann gibt es natürlich das eigentliche Subscribe noch vom 27. bis zum 29. Oktober, wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Da gibt es viel, viel zu erfahren und die Internetseite unter subscribe.de die gibt da viele, viele Antworten. Am 2. November gibt es in Frankfurt am Main den 14. Pottebler-Stammtisch. Der findet statt in der Gaststätte zur Stahlburg in der Glauburgstraße 80. Beginn ist um 19 Uhr. Und auch die nächste Veranstaltung ist vom Pottebler. Da gibt es nämlich einen Workshop-Tag am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und dann gibt es nur noch einen weiteren Termin in diesem Jahr. Nämlich vom 27. bis zum 30. Dezember ist das nächste Chaos Communication der nächste Chaos Communication Kongress der 34 C3 und das Ganze findet dieses Mal in Leipzig statt. Und wenn man so ein bisschen was über die Gedanken und Sorgen darüber hören möchte im letzten Not Safe for Work haben sich Holgi und Tim da ein bisschen drüber unterhalten. Das waren erstmal die Veranstaltungen. Vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit noch was dazu. Links zu den einzelnen Terminen gibt es wie immer im Termin-Wiki im Sendegate. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. So, dann kommen wir nach dem Blüten, nach dem Blühkalender kommen wir jetzt zu unseren Setzlingen. Und da habe ich nicht ganz ohne Grund ein bisschen gestammelt und gestottert, weil diese Setzlinge-Kategorie heute eigentlich entfallen wäre, weil ich habe nichts vorbereiten können in der Zeit. Wie gesagt, am Wochenende war ich halt in Innsbruck. Aber der Lars ist eingesprungen und hat zumindest einen Setzling mitgebracht und auch da gilt dann der Disclaimer, das ist einfach nur eine Vorstellung, das ist keine Bewertung, die werden jetzt nicht zum Hören direkt empfohlen, ihr sollt einfach nur wissen, dass es sie gibt. Was hast du denn gefunden, Lars? Ja, also letztes Mal hatte ich ja schon die drei Zeit-Podcasts dabei. Auch heute gibt es einen Setzling aus den professionellen Medien, es geht um Deutschlandfunk der Tag. Das erscheint montags bis freitags ab 17 Uhr und ist etwa 15 Minuten lang und mich hat das beim Hören so ein bisschen an die Zeiten erinnert, wo ich hauptsächlich wegen des Journalismus Radio gehört habe und das ist dann irgendwann so ein bisschen aus musikgeschmacklichen Gründen eingepennt. Ich hatte, also zwischendurch hat mich die Musik im Radio einfach so angenervt, dass ich aufgehört habe Radio zu hören und ich muss sagen, dieser Deutschlandfunk der Tag hat mir jetzt so bei den ersten Hördingen ganz angenehm gefallen, weil ich denke, man hört so ein bisschen die Erfahrungen aus dem Radioumfeld. Die wissen einfach schon in Sachen Audio so ziemlich und Journalismus ziemlich, was die da machen und ich werde es mir mal eine Weile lang regelmäßig anhören. Ist das das, was man vermuten kann, dass es ist, eben eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in noch mal in kurzer Form? Sehr gute inhaltliche Geschichte habe ich komplett außen vor gelassen beim Tippseln, kannst mal sehen. Ja, das ist ein 15-minütiges, ich will es nicht Magazin nennen, aber fast 15 Minuten Nachrichten mit Interviews, Bewertungen, Dinge zur Lage, ja, was ist an diesem Tag so aktuell gewesen, genauso. Mhm, das klingt interessant, finde ich witzig, dass du sagst, das erinnert mich daran, dass ich Radio aus journalistischen Grünen gehört habe, lang ist es her, das ist sehr witzig, das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn man das so sagt. Ich wurde irgendwann Dudelfunk geschädigt, also das ist sehr witzig. Ja, danke schön, dass du einen Setzling zumindest hier in der Kategorie mitgebracht hast, wo meine Hände schon leer sind und vor allen Dingen freue ich mich, dass deine Stimme und deine Nase durchgehalten hat. Siehst du, hat geklappt, sehr gut. Dann kommen wir auch ganz ans Ende unserer Sendung und da haben wir ja immer die Blütenschätze, also Dinge, die uns besonders beeindruckt haben. Und ich lerne, ich sollte diesen Knopf nicht drücken, bevor ich den Satz zu Ende gesprochen habe, sonst bin ich ja wie Tobi, der immer beim Realitätsabgleich ins Intro reinquatscht. Das ist, das wollen wir Tobi nicht wegnehmen, das soll er behalten. Fangen wir mal an mit dem Dirk. Du kennst das Prozedere, wir haben jetzt am Anfang gar nicht darüber gesprochen. Hast du zufällig einen Blütenschatz dabei, also irgendwas, was sich im Podcastland in der letzten Zeit besonders bewegt hat? Also der Tag wäre jetzt eines meiner Highlights in letzter Zeit gewesen, weil ich so eine Sendung vermisst habe. Ansonsten muss ich, muss ich sagen, war ich hin und weg von, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das wirklich generell noch als Podcast durchgehen lässt, von einer Folge vom Morgenradio. Morgenradio ist ja, das neue Podcast-Baby von Oliver Wunderlich, auch bekannt als der Explikator und der hat eine ganz großartige Episode mit seiner Ellen gemacht, rund um das Thema Eigenverantwortung und wie man selbst die Welt so ein bisschen besser machen kann, statt in erlernte Hilflosigkeit zu verfallen. Und ich muss sagen, das war so ein richtig schöner Moment, dem zuzuhören und diese ganzen kleinen, sehr praktikablen Vorschläge zu hören. Und überhaupt ist Morgenradio momentan mein durchgehender Blütenschatz. Super, Dankeschön. Das ist ja schön. Freut mich sehr für Oliver und Ellen, dass du sie hier erwähnst. in der Liste, ach da wäre ich jetzt dran, na gut, dann nehme ich mich einfach mal dran. Das ist ein Angebot, was ich eigentlich schon vor einiger Zeit vorstellen wollte, aber hatte es zugunsten anderer zurückgestellt. Jetzt habe ich aber beim Ganzohr 2017 den Stefan Hasslinger nochmal persönlich getroffen und auch etwas länger gesprochen. Stefan macht unter anderem den Podcast das Hour of Code, wo eben das Coden vorgestellt wird und er ist Entwickler der Suchmaschine oder der Übersicht, der Podcast Übersicht Panoptikum.io. Das müssen wir uns auch nochmal in Ruhe erklären lassen. Also er hat mir an dem Wochenende viel dazu erzählt, nicht nur mir, sondern auch den anderen Anwesenden. Er hat da ganz, ganz viele Ideen und ich glaube, da müssen wir nochmal richtig reinhören. aber er hat und das ist für mich wirklich ein Schatz, er hat beim POTS Talk die Gelegenheit genutzt, mit der Hanna, die ja dort zum Thema Trauma gesprochen hat und auch einen Podcast macht, wo dieses Thema ist, viele sein heißt dieses Angebot, hat er mit ihr gesprochen, also anknüpfend an den Assistenzhund, den Hanna dabei gehabt hat und es ist ein sehr intensives Gespräch geworden, was die beiden da geführt haben und für mich hat er der Stefan nochmal eine ganz neue Perspektive, also ich habe bei Stefan nochmal eine ganz neue Perspektive wahrgenommen, ich sah ihn bisher immer so als den nüchternen Techniker, aber da war er einfach der warmherzige Gesprächspartner und Zuhörer und neugierige Fragensteller, also es war sehr beeindrucksvoll und ich möchte hier endlich mal die Gelegenheit benutzen, dass hier als meinen Blütenschatz zu nennen, also Stefan Hasselinger und das Angebot soll, achso, das ist gleichzeitig auch, wenn man so will entsetzt liegen, denn es ist ein neues Angebot unter dem Namen Stefan wills wissen und die erste Episode ist eben mit Hanna und er hat aber das Problem, dass er schon nicht mehr weiß, was er jetzt als zweite Episode machen soll, aber ich bin sicher, er wird schon irgendwas Schönes finden, also Stefan wills wissen, mein Blütenschatz, dann haben wir den Lars auf der Liste, Lars, was hast du denn für einen oder mehrere Blütenschätze? Ja, das ist ein bisschen kompliziert gewesen, ich habe im Moment kaum Zeit gehabt, viel Podcast zu hören, war allerdings gestern sechs Stunden ungefähr im Auto und hatte da die Möglichkeit einige Folgen vom Geschichtsunterricht zu hören, vom Vrind, wo ja der Holgi mit dem Matthias von Hellfeld spricht und ich hatte die Möglichkeit drei Folgen, nee vier Folgen glaube ich insgesamt vom Zeitsprung zu hören und also mir fällt jetzt absolut schwer irgendwie eine Auswahl zu treffen, weil ich diese Folgen also in die Show Notes kommen sechs Folgen rein, die ich alle einfach durchweg klasse fand, beim Zeitsprung war es ein Picknick, das die Welt verändert und Leon Theramin, was die Anfänge der elektronischen Musik mit Überwachungstechniken zu tun haben und die Folge 100 des Zeitsprungs, der Fall der Minionett und seine Folgen und aus dem Geschichtsunterricht war es die Erklärung der Vereinten Nationen, die Schleierentführung und München 72. Das fand ich alles so interessant und spannend aufgearbeitet, also durch diese Podcast entdecke ich für mich das Thema Geschichte neu, das bei mir also in der Schule massiv untergegangen ist, weil wir einfach didaktisch totale Flachtüten da hatten. Hier ist es wunderbar, mich mit sich mit Geschichte zu beschäftigen und darum beispielhaft für Geschichte diese Folgen als Blütenschatz. Das ist wirklich schön. Dankeschön. Danke für diese Blütenschätze an dich, Lars und dann geht die Frage an Sebastian. Wenn ich das richtig sehe, hat er auch mehr als einen auf der Liste. Dann sag mal. Genau, ich habe gerade noch schnell meine hinzugefügt. Also der Erste, es gibt mal wieder Nachwuchs in der Podcast Community aus einem Podcast, den ich auch sehr gerne höre, das ist Nerdic Talking in der Folge 92. Die Nerdine von Thorsten ist zur Welt gekommen, zwar ein bisschen früher, aber gesund und munter. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Podcast hört an dieser Stelle. Ansonsten auch schon mal herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch und ja, auch eine sehr schöne Folge und dann als nächstes der Reichlich Randale Podcast von der Becci als Personal Pöbel Podcast, den hatte ich auch noch jetzt gerade noch dazugefügt, weil ich den auch, ja, glaube gestern noch ganz frisch gehört habe und ich freue mich, sobald die erste, also bisher ist es eigentlich ein Setzling, es hätte ganz gut in das Setzling gepasst, habe ich nicht aufgepasst. Ja, ist, nur eine Nullnummer, aber die ist schon 15 Minuten lang und Unterhaltung ist garantiert und ich freue mich auf mehr. Super, ja, die liebe Becci, eine ständige hier Mit-Podcasterin sozusagen im Chat, also Chat-Podcasterin, Chat-Casterin hier bei uns, sie hat jetzt einen eigenen Personal-Podcast angefangen, sehr schön, freut mich. Okay, meine Herren, wir sind durch, die zwei Schnupfnasen und die zwei trockenen Nasen haben es geschafft, den Abend hier durchzustehen. Ganz besonderer Dank geht an unseren Gast Dirk Prims, der jetzt zum zweiten Mal da gewesen ist, aber diesmal stand nicht er im Vordergrund, sondern die Podcast Movement veranstaltet in den USA. Wer mehr über Dirk Prims als Person hören möchte, dem sei der Sendegarten 22 empfohlen, da haben wir ihn quasi als Person auf die Gartenbank gesetzt, heute war er quasi als Experte da und wir haben über das Thema gesprochen, so können wir das eben mit der Gartenbank auch halten. Das haben wir schon mal an anderen Stellen ausprobiert und ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn jemand so schön erzählen kann, wie der Dirk. Dirk, Dankeschön für dein Dasein. Sehr gerne. Und immer wieder. Also ich finde auch andere Themen, für die ihr mich auf die Bank locken könnt. Auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade aus dem Chat gehört, dass du derjenige bist, der die spannenden Themen ins Ende geht setzt und dann halten wir das im Auge und irgendwann kommen wir wieder und sagen, Dirk, erzähl mal, erklär mal, was machst du denn da oder was hast du erlebt oder was hast du gefunden in der Welt? Was macht dein persönlicher Auftrag der Podcastervernetzung international? Das ist eine schöne Aufgabe, die du da gesetzt hast. Ich danke vor allen Dingen aber auch dem lieben Sebastian, der hier wieder für die Technik gesorgt hat. Also wir sprechen heute über Studiolink und er ist derjenige, der die Zentrale macht dafür und aber auch für alle inhaltlichen Dinge. Ganz herzlichen Dank. Immer wieder gerne. Super. Und der mit der Nase kämpft, der verschnupfte Sas Segel hat auch durchgehalten. Die Tabletten haben gewirkt oder was immer du gemacht hast. Irgendwie hat es funktioniert. Du bist ans Ende durchgekommen. Sehr gut und vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, ich möchte noch eben einen Gruß oder Grüße von Marc ausrichten, der heute nicht dabei sein konnte, aber die Hörerschaft wollte er doch gerne noch gegrüßt wissen. Und ich wollte noch eben sagen, auch wenn heute der zweite Besuch von Dirk da war, also dieser Blick über den Tellerrand zu dieser US-amerikanischen Veranstaltung, den fand ich extrem spannend. Also da hätte ich auch nichts dabei, über solche Sachen in Zukunft noch mal mehr zu hören. Ist vielleicht auch der Hinweis ganz passend jetzt hier an der Stelle. Ich habe auch versucht, eine Menge an Dokumentationen zusammenzutragen, die man im Sendegate auch nachlesen kann. Also es gibt eine größere Notizensammlung. Es gibt, ich glaube, die Periscope-Videos sind auch immer noch live. Also man kann sozusagen das Sendegate-Erlebnis, äh, das Sendegarten-Erlebnis durch ein Sendegate-Erlebnis anreichern. Das werde ich tun. Das kann man machen, genau. Und Entschuldigung für dieses komische Wortspiel mit dem Sendegarten und dem Sendegate. Ich bin da selber schon drüber gestolpert. Naja, jetzt ist es halt so. Es ist so wie Sondersendung und Sendezentrum. Da habe ich auch lange für gebraucht, das auseinanderzuhalten. Obwohl es ja letztendlich ja ganz einfach ist. Aber ich musste mir das erst irgendwie vom Inneren vergegenwärtigen, sozusagen. So, nochmal danke. Danke auch an die Menschen, die jetzt hier zugehört haben und so fleißig mitgechattet haben. Wir hatten heute einige neue Namen im Chat. Das hat mich sehr gefreut. Also Menschen, die sonst bisher noch nicht hier gewesen sind. Schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr hierher gefunden habt. Und auch wenn ihr das jetzt in der Konserve hört, ihr seid unsere liebsten Hörer und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.